Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 313, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mein Name ist René, außerdem mit dabei zurückgekehrt von der Insel der Herr Marvin und der Herr Basti. Guten Tag lieber René. Guten Tag. Willst du jetzt die ganze Zeit hier mit bayerischem Dialekt sprechen? Nein. Ganz spezieller Dialekt. Nur wenn es passt. Nur wenn es passt, also dann eher so im zweiten Teil der heutigen Sendung. Das ist eine Mischung aus Bayern und Kitzbühel, lieber René. Ja Freunde, jetzt sind wir hier zusammen, eine erste Folge, originär auch auf Spotify. Genau. Ach stimmt. Hallo an unseren neuen Spotify Friends. Genau, das heißt, wenn ihr liebe Hörer oder Hörer da draußen sonst, weil ihr dieses Ganze mit diesem Podcast Abonnieren und so weiter so ein bisschen umständlich fandet, dass ihr das immer umständlich über die Webseite vielleicht gehört habt, dann guckt doch mal auf Spotify, da gibt es uns jetzt auch und dann könnt ihr uns auch klicken und folgen und neue Folgen dann da hören, wenn die kommen und dann sind wir auch alle ganz glücklich und ihr verpasst nie wieder was, weil uns zu verpassen wäre halt echt schade. So, nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder wird auch ein Özel für den DFB oder für die Nationalmannschaft spielen, darüber reden wir später. Jetzt wollen wir einmal über die Eintracht reden, die in einem Trainingslager war und ein paar Testspiele vollstreckt hat, unter anderem vorgestern Abend, gestern Abend gegen Wien Wiesbaden und wie stand das heute so schön in der Zeitung, ein Tor-Festival war das, Herr Marvin. Haben Sie es gesehen? Ja, nee, gesehen natürlich nicht, aber wie das halt so ist, selbst im Ausland bereite ich mich wunderbar auf diese wunderbare Eintracht vor und ich sehe ein 6 zu 2 spricht natürlich eine deutliche Sprache, wenngleich man auch hier wieder feststellen muss, Testspiel ist und bleibt Testspiel, aber die Tatsache, dass die Eintracht 6 zu 2 gespielt hat gegen Wien Wiesbaden, die ja auch in der vergangenen Saison eigentlich an der Tür zur zweiten Liga geklopft haben zwischenzeitlich, die sich jetzt aktuell auf die erneute Drittliga-Saison vorbereiten, auch in der anderen Endphase sind, da geht es ja schon ganz bald wieder los, also da kann man schon von ausgehen, dass Wiesbaden ein bisschen im Saft stehen sollte. Dafür war das jetzt schon, ja, ich würde mal sagen, ein positives Ausrufezeichen, ohne jetzt sagen zu müssen, das ist jetzt, oder auch mit genau dieser Mannschaft werden wir jetzt in die neue Saison gehen, da gab es ja die ein oder andere interessante, ja, wie soll ich sagen, ja, die ein oder andere interessante Personalie, aber das sah doch über weite Strecken echt interessant aus, was mich besonders gefreut hat, war nach dem ersten Rückstand 1-0, haben wir dann relativ schnell ausgeglichen und ein Neuer, der sofort getroffen hat, der Herr Patientia, insofern finde ich das schon mal nicht so verkehrt. Spricht der sich so aus? Das habe ich keine Ahnung. Ich tue mich mit diesem Namen echt noch so ein bisschen... Warte mal, lass mal gucken. Schwierig. Gonzalo, Gonzalo, Patientia, glaube ich zumindest. Können wir ihn nicht einfach den schönen Gonzalo nennen? Er ist auf jeden Fall der schöne Gonzalo, aber liebe Leute, wenn ihr genau wisst, wie er rauszusprechen genießt, sagt er mir. Das fang jetzt eher so ein bisschen wie Heinz Schenk, der die Zähne nicht drin hat. Ey, was, wo wir dann wieder bei mir wären? Ja, nee, aber das hat doch ganz gut angefangen. Basti, hast du das denn ein bisschen verfolgt? Ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut, also live konnte man ja nicht sehen, weil irgendwas gestohlen wurde von der Übertragungstechnik. Super, ja. Ja, ich habe mir die Tore dann angeschaut und ein bisschen gelesen, aber ich bin jemand, ich schaue, Testspiele gibt mir gar nichts irgendwie, weil wenn wir überlegen, letztes Jahr war der Gewinner der Vorbereitung Besuschkopf, der ist jetzt schon wieder in Belgien. Ja, ich will das nicht überbewerten, man liest immer so ein bisschen raus, wer so irgendwie positiv in Erscheinung tritt und das Einzige, was ich irgendwie rausgezogen habe, das ich gelesen habe, dass Hütter in Gacinovic einen ganz, ganz wichtigen Mann sieht, das deckt sich irgendwie mit meinen Erwartungen so ein bisschen verspätet war, weil ich letzte Saison eigentlich schon erwartet hätte, aber dass Gacinovic jetzt eigentlich, ja, der muss diese Saison liefern, das ist für mich so die Überschrift von diesem Wiesbaden-Spiel zu denken, okay, kann der wirklich diese dominierende Rolle spielen, die man sich von ihm erhofft und der hat ja auch selber irgendwie gesagt, manchmal denkt er zu viel nach, das will er jetzt abstellen, also mehr kann ich leider nicht sagen, außer, dass ich Sebastian Allaire nochmal feiern muss für diese Vorlage vor dem 1-0 von eben jedem, ja, wie heißt er, Paciencia, keine Ahnung. Paciencia? Liebe Leute, ihr wisst ja, bei Twitter könnt ihr uns gerne schreiben, könnt ihr genau sagen, wie er richtig heißt, sorry. Ich hab doch hier meinen, ich hab doch meinen Spanisch-affinen Freund Julian, der hat es jetzt mir im Personalfall geschickt, ich spieße gerade einen Abklärmoment. Paciencia. Ach, Paciencia, Paciencia, das ist ja relativ. Das ist ja einfach. Gut. Okay, dafür, dass er Portugies ist, gehe ich trotzdem davon aus, dass er dann auch so Paciencia ausgesprochen wird, also dann haben wir es doch, Paciencia, Paciencia. Na super, sagen Sie doch jeder dreimal. Paciencia. Paciencia. Ja. Bleibt dann eher so beim... Ja, auf jeden Fall hat Allaire das Tor geil vorbereitet und das zeigt für mich trotzdem diese Stärke, die Allaire für mich immer hatte, wo er trotzdem so ein bisschen untergegangen ist, dass er trotzdem spielintelligenter ballsicherer Stürmer ist und von ihm erhoffe ich mir auch so viel. Ich muss sagen, ich hab so ein paar Spieler, wo ich mir jetzt, ja, die für mich auch so nicht neu zugänglich in dem Sinne sind, aber wo ich denke, okay, die sind jetzt schon ein Jahr hier, vielleicht knallt's jetzt. Ja. Da zählt Galcinovic trotzdem dazu, auch wenn er schon noch länger hier ist. Aber Allaire, Galcinovic, das sind für mich so zwei Spieler, wo ich denke, vielleicht spielen die eine tragendere Rolle, als wir das alle denken. Und ich hoffe es sehr. Also das ist das Einzige, was ich dir zum Wiesbaden-Spiel sagen kann, lieber René. Könnt ihr mir vielleicht noch ein bisschen was zum Trainingslager sagen? Habt ihr das denn irgendwie verfolgt, die Berichterstattung? Die Eintracht war da ja auch ganz fleißig mit immer so kurzen Clips, die sie da gepostet haben. Ja, das ist genau so. Also man muss ja feststellen, dass die Eintracht mittlerweile herausragend gut hinbekommt, eigentlich eine eigene Berichterstattung auf die Beine zu stellen. Bezüglich des Trainingslagers natürlich bekommt man da in der Regel nur das mit, was man auch mitbekommen soll. Wir haben hier halt, das ist halt eine komplett durchdringende Marketingmaßnahme. Ich denke, so muss man das halt auch einfach festhalten. Das ist ja jetzt auch erstmal neutral zu bewerten. Die Jungs und Mädels waren halt dort und haben in den USA ihr Trainingslager abgehalten, haben den ein oder anderen glücklichen Eintracht-Fan dann auch noch glücklicher gemacht. Dass da noch nicht die Menschen, Massen an Eintracht-Fans sind, ist auch klar. Das kann sich aber, sag ich mal, entwickeln. Ansonsten habe ich schon das Gefühl gehabt, von dem, was man so gesehen hat, das ist natürlich schwierig, das jetzt final bewerten zu können. Aber von dem, was ich so sehe, haben die Leute, die da waren, also das Grüppchen hat gut mitgezogen. Ich glaube, dass Hütter jemand ist, der schon ein bisschen bestimmter auftritt, als ich das überhaupt erwartet hätte. Also da kommt da schon Kovac relativ nah. Aber aktuell ist es, glaube ich, auch so, dass er sich erst reinfinden muss. Aber ich denke schon, dass die Spieler seine Autorität spüren. Und das ist schon mal relativ wichtig. Und ansonsten, natürlich, Testspiegel war jetzt nicht so ganz so Granate. Ja, da ist jetzt viel Mittelmaß dabei. Aber solche Testspiegel, die können wir eh kaum rational oder kaum sinnvoll bewerten zu diesem Zeitpunkt. Das wird sich erst im zweiten Trainingslager, es gibt ja jetzt auch noch ein zweites Trainingslager, das wird sich da erst ausschleifen. Da wird es dann präziser darum gehen, wer jetzt genau am Ende der Vorbereitung, am Anfang der Saison auf den Platz steht. Aber da war viel Brauch bei uns dabei, würde ich behaupten. Und ich glaube, was auf jeden Fall sinnvoll ist oder was auf jeden Fall gut ist, dass bei jedem der Biss da ist. Also Gacinovic hat er eben schon angesprochen. Ich glaube, es war fast ein kleiner Vorteil, dass Gacinovic halt jetzt nicht bei der WM war, sondern da nochmal einen von Bug geknallt bekommen hat, wo gezeigt wurde hier, du musst noch mehr geben, um dann wirklich für die WM irgendwie, um da Gas geben zu können, beziehungsweise um für die Nationalmannschaft noch attraktiver zu sein. Du musst noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, das sind so leichte Vorteile. Und ansonsten will sie jene anbieten. Ich glaube, die Spieler, die aktuell da sind, sind alle heiß auf die Europa League. Das ist ähnlich wie mit dem Testspiel, das würde ich auch nicht über- oder unterbewerten. Marvin hat es gesagt, das wirkt da auch wie eine runde Sache. Die Eintracht zeigt, dass sie echt ein bisschen professioneller geworden ist, was die Begleitung auch von so einem Trainingslager betrifft und so ein Kram. Und ja, ich weiß nicht, das sind alles so Halbinformationen. Aber mein Gefühl, das Gefühl, was es mir vermittelt hat, ist, dass Hütte auch eher so ein offenerer Typ ist, der viel, viel einzeln mit den Spielern redet, anders als Kovac. Aber das sind auch Informationen, die kommen teilweise dann auch aus Ecken, wo du das Gefühl hast, ich weiß eh jeder, dass ich über die Rundschau spreche, aber die sind irgendwie so verbittert irgendwie manchmal. Ich weiß es nicht. Und dann hast du immer das Gefühl, da ist immer jeder zwischen den Zeilen irgendwelche Seitenhiebe auf Kovac dann nochmal gewesen, warum auch immer. Ich will das gar nicht überbewerten, aber was der Marvin gesagt hat, Hütte, auf mich wirkt der ja trotzdem, also ich hätte den gar nicht so eingeschätzt. Der sieht aus wie so ein Extremsportler, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine Erscheinung. Also in den Interviews, die ich am Anfang von ihm gesehen habe und als er bei Salzburg noch an der Linie stand damals, der hat ein bisschen Sport gemacht, finde ich. Also der wirkt auf jeden Fall wirklich drahtig und wie ein Sportler, der den Jungs auch irgendwie was erzählen kann. Bis jetzt ist mein Eindruck positiv, aber der ist halt noch nicht fertig, der Eindruck. Dafür gibt es noch zu wenige. Die Hälfte der Mannschaft ist noch nicht da, Transfers sind noch nicht da. Aber es fällt mir schwer, da irgendwie was Substantielles zuzusagen. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich denke, es ist auch, wir müssen auch uns, sag ich mal, im Verzicht üben, jetzt irgendwelche Wasserstandsmeldungen großartig zu diskutieren. Also wie gesagt, das 6.02 war jetzt schon mal in eine ganz gute Richtung, aber da wird sich noch so viel ändern. Was für mich am Ende dieser bisherigen Zeit wichtig ist, es hat sich keiner verletzt und es ist keiner auffällig geworden. Das sind so die Punkte, die ich ganz relevant erachte. Jeder zieht offensichtlich gut mit, keiner hat sich verletzt und es ist jetzt noch nicht so, dass es, ich habe jetzt von irgendwas von Grübchenbildung gelesen und so weiter und sofort. Naja gut, da muss halt die FNP, muss da so auch ein bisschen was machen, damit überhaupt ein paar Leser noch irgendwie bei denen vorbeischauen. Insofern ist das für mich auch in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so, es gibt keine Brandherde aktuell und das ist okay. Ich habe das Gefühl, dass Hütter das gut macht und alles Weitere werden wir abwarten. Die heiße Situation kommt noch. Wir haben jetzt viele Spieler schon neu verpflichtet, haben eben über Patienz hier schon gesprochen. Wir haben über Nikolai Müller schon zuvor mal diskutiert. Interessant wird auch, was mit Lukas Thoreau sein wird. Das ist ein junger, auch ein 24-jähriger Spieler, für den haben wir ja 3,5 Millionen hingelatzt. Der muss dann auch mal zeigen, dass er das kann, aber da gibt es ja auch viele positive Zeichen schon. Ich bin sehr, sehr gespannt bezüglich Évon Dicard oder, wenn man als Deutscher ihn ausspricht, Dicca. Ja, der seinem Namen hier überhaupt gar nicht, Alter, Ehre macht. Ich wollte gerade sagen, also das ist, der ist ja nix dick. Ja, und das wird brutal interessant, der ist ja so jung, aber das sind halt so Dinge, die können wir ja natürlich jetzt noch nicht bewerten und dann müssen wir eigentlich darauf vertrauen, dass die Eintracht einen Plan hat und das würde ich ihm einfach momentan zugestehen. Genau, dann ist ja noch so ein bisschen fraglich, wenn wir schon bei dem Thema Verpflichtungen sind, was mit dem Alain oder wie auch immer der sich ausspricht von Liverpool ist, der ja sowohl im Trainingslager in den USA dabei war, als auch ja jetzt in dem Tänzspiel gegen Wiesbaden sich nochmal zeigen durfte. Da scheint sich ja jetzt auch irgendwie im Laufe der Woche eine Entscheidung anzubahnen, was mit dem ist. Ja, der Brasilianer Alain, also ja, das ist halt eine schwierige Kiste, denn für mich ist das immer ein bisschen problematisch, da der Spieler, ich meine, wir haben, der eine oder andere mag ihn ja schon gesehen haben, bei der Hertha, das war okay, aber ehrlich gesagt auch nicht so mega auffällig. Ich tue mir da ganz schwer, also zu seiner Hertha-Zeit fand ich ihn mittelmäßig mehr auch nicht. Sein Werdegang danach zu Limassol ist jetzt auch nicht so, dass es mich jetzt in Freudenstimmen versetzt, natürlich ist es klar, dass jemand sich nicht so einfach bei Liverpool durchsetzen kann, aber die Sache ist ja auch, ich finde es gut, dass halt so viel Vorbereitungen getroffen werden, dass es so ist, dass er über längere Zeit kontrolliert wird, ist es einer für uns. Das finde ich gut, dass du keine Kurzzeitentscheidungen triffst, sondern wirklich sagst, okay, wir schauen, wie er an diese Gruppe heranpasst und wenn das klappt, dann ist es finanziell vielleicht auch ganz sinnvoll. Ja, du hast ja im ersten Trainingslager dann sowieso ein paar Plätze frei, also von daher, sowas ist ja völlig risikolos. Also es ist eigentlich, ja, es gibt trotzdem, das könnte trotzdem so eine Wundertüte sein, wo am Ende was Geiles drin ist. Also es ist, also von Berliner Seite höre ich nämlich viele, die sagen, der ist eigentlich ganz geil, aber irgendwie hat es dann da nicht funktioniert. Von Jürgen Klopp hörst du, dass es einfach ein geiler Mensch einfach ist, der alle zum Lachen bringt. Also das finde ich auch immer ganz cool zu hören. Der hatte schon ein paar coole Szenen, hatte auch ein paar merkwürdige Fehlpässe, aber wie gesagt, das ist so ein, ja, das kann man ja völlig ohne Druck betrachten. Das ist ja nicht so, dass er schon verpflichtet ist und wenn der Trainer ein gutes Gefühl hat und sagt, ey, wir geben dem irgendwie einen Vertrag oder einigen uns mit Liverpool, weil ich weiß nicht genau, wie die Konstellation dann sein wird, weil der hat ja noch ein Jahr Vertrag in Liverpool. Der hat noch, ja, ja. Der darf da ja auch irgendwie nur nicht hin, weil er keine Arbeitserlaubnis findet. Deswegen wird da ja irgendwie rumgereicht die ganze Zeit. Vielleicht fühlt er sich, weiß ich nicht, vielleicht hätte er dann auch das Gefühl, ähnlich wie Patient, ja, dass er das Gefühl hat, ich bleibe hier und das ist so mal zu Hause und da fühlt man sich wohler. Das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du ständig in deinem Leben umgezogen bist und hast das Gefühl, geil, jetzt habe ich mir hier ein Haus gebaut. Vielleicht kannst du dann auch besser performen. Also vielleicht hilft das den beiden. Also dass du eine Heimat gefunden hast oder das Gefühl hast, der Trainer hat Bock auf dich. Wer weiß, vielleicht kann das aus ihm irgendwas rauskratzen, weil er trotzdem ja, ich glaube bei den brasilianischen U-Mannschaften trotzdem immer ziemlich präsent war. Also schauen wir mal. Ja klar, das Umfeld macht natürlich dann auch nochmal ganz was aus. Wenn du dann einfach in so einem ganz anderen Rahmen dich bewegen kannst, dann kannst du natürlich auch ganz andere Leistungen da irgendwie. Der kann auf jeden Fall kicken und wenn wir überlegen. Sorry, ich sage es auch immer wieder, dieselben Namen. Aber wenn wir im defensiven Mittelfeld solche Kaliber haben als, keine Ahnung, Injowski, Flum oder Larnik, das ist trotzdem was anderes. Also wenn du das Gefühl hast, okay, wenn der Bock hat, dann bleibt er, dann ist es trotzdem eine Stufe da höher. Der kann auf jeden Fall besser kicken als die alle drei zusammen. Also schauen wir mal. Und was mir halt auch dahingehend wirklich ganz gut gefällt, ist die Tatsache, dass es halt auch wirklich jemand ist, der in diese Position fällt, die ich jetzt schon öfter angedacht habe, weil es natürlich ja gut eher zentrales Mittelfeld, aber er kann auch defensives Mittelfeld, ist noch relativ jung, wie du es gesagt hast, in den U-Mannschaften auch durchaus erfolgreich gewesen. Also ich muss sagen, das wäre an sich erstmal nicht so verkehrt, wenn die Jungs und Mädels sich darüber klar werden, dass er über diese Testspielzeit hinaus jemand für die Eintracht wäre. Da muss man eben auch die Chance zugestehen und muss auf jeden Fall kein Stinkstiefel sein, was er auch immer nicht so verkehrt ist. Genau. Was fehlt euch denn an Mannschaftspositionen noch? Auf Twitter haben uns ja so der eine oder andere mal so noch geschrieben, wo sie sagen, da wäre noch Verstärkung notwendig. Auf welcher Position würdet ihr denn sagen? Da müssen wir mal ganz dringend noch mal so ein bisschen den Markt abgrasen und vielleicht den einen oder anderen da uns so näher anschauen. Also ich würde auf jeden Fall einen Bretterspieler für die Außenbahn hätte ich gerne noch. Ja. Also als Wolfersatz? Ja gut, Müller ist wahrscheinlich der Wolfersatz. Aber so ein bisschen so ein Signal mit Signalwirkung und natürlich steht und fällt alles mit Rebic. Also finde ich schon, ich gehe davon aus, dass Chico Giraldes noch kommt. Der wird, ich glaube, der wird wahrscheinlich Fabian ersetzen, so wie ich das im Gefühl habe. Und dann hast du, wie gesagt, ich würde probieren dann Rebic halt zu ersetzen, weil da sollte er gehen, plus noch jemand für die Außenbahn. Aber da bin ich auch nicht zu, weiß ich nicht genau, was Hütter vorhat, weil ich habe das Gefühl, dass unser Spiel schon sehr zentriert stattfinden wird. Ja, das macht so ein bisschen anscheinend. Die Achter und Sechser, die wir im Kader haben, das sind schon viele. Vielleicht spielen wir auch mit Dreien. Also vielleicht gibt es einen Sechser, zwei Achter und du hast irgendwie vorne ein anderes System. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was er macht. Aber das würde mir noch fehlen. Und was mir fehlen würde, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, so ein kleiner Signaltransfer, der die Fans auch anzündet, würde mir fehlen. A la Prince. Also wir hatten ja schon gesagt, Hüvedes hatten wir genannt, Schein hatten wir genannt. Ja, irgendwann. So was fände ich irgendwie noch geil. Zu denken, okay, da kommt ein erfahrener Spieler, weil so junge Spieler haben wir, finde ich, jetzt genug, so ein 27, 28, 29-jähriger Spieler, wie Schein es ungefähr ist, so das Kaliber, das würde ich hart feiern. Wenn noch so einer kommt, der so ein bisschen auch, wo du denkst, boah, krass, und jetzt spielen wir Euroleague und der hat irgendwie Bock drauf und das erfahren, keine Ahnung, und keinen jungen Spieler mitreißen, das würde mir fehlen. Und wie gesagt, Hüvedes, kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen, aber ich würde zumindest einen Ersatz dann holen, weil da würde dir schon was fehlen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich relativ früh relativ zufrieden. Also ich muss auch sagen, dass beide außen weggebrochen sind, sowohl Wolf als auch wahrscheinlich Rebisch. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass Rebisch den Verein verlassen wird. Okay, darüber haben wir ja gesprochen, aber dann ist es für mich einfach so, da müssen eigentlich zwei neue Leute her. Ja, denn ich finde nicht, dass Müller, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, ein gleichwertiger Ersatz sofort für Wolf ist. Das sehe ich einfach aktuell noch nicht. Das muss er sich erst erarbeiten. Und selbst wenn, brauche ich jemanden, der ihm Konkurrenz macht und der ihm auch ordentlich Feuer macht. Weil nur mit Müller kannst du nicht in eine neue Saison gehen, die sehr belastend sein wird, wo es auch Leute gibt, die ihr Down haben. Da brauchst du jemanden hinterher. Und mit Rebisch, wenn der uns verlässt, ist ganz klar, dass wir auch da halt jemanden brauchen, der ja auch mindestens halt einen, auf jeden Fall einen, der ihn irgendwie da ersetzt. Natürlich wird es dann nicht genau das gleiche Kaliber, aber trotzdem kannst du halt auch da mal ein Zehner, Zehn Millionen lassen und dann sehe ich es halt immer noch so, je nachdem, ob jetzt Alain jetzt kommt oder nicht im defensiven Mittelfeld, kann man sagen, dass es in Ordnung ist. Kann ich nachvollziehen. Wir haben Fernandes, wir haben Hasebe, wir haben Thoreau. Kann man überlegen. Der Guzman kann die Position auch spielen. Kann man aber trotzdem auch drüber nachdenken, ob man da vielleicht auch nochmal was macht. Ansonsten finde ich, sind wir gut besetzt. Stimmen passen natürlich auf jeden Fall so dazu, dass wir jemanden brauchen, der ja vielleicht hört sich blöd an, aber wie der so ein bisschen so ein Name ist, irgendwie schon Standing im Deutschen oder im Weltfußball hat, würde ich das schon ganz geil finden und ich denke, du hast dann auch die finanziellen Möglichkeiten, musst du es auch machen. Ja. Ich gehe auch fest davon aus, ich gehe fest davon aus, dass wir wirklich so 30 Millionen bei uns übrig bleiben bei Rebic, abzüglich allem Klauselkram. Da kannst du es schon machen, was der Marvin gesagt hat, ein Zehner, ein Zehn-Millionen-Kaliber für die Ausmachung oder selbst wenn es fünf oder sechs sind, je nachdem, wer der Spieler ist. Aber wirklich so ein kleines Signal kann man schon setzen. Bei der Sechser-Position, ja, ich glaube, dass Geraldes wirklich auch so ein Achter ist, den du da wirklich, ja, wo du dann, ich glaube, dann hättest du genug, unabhängig davon, was mit Alan ist, weil du, ich glaube, dass wir nur mit einem Sechser spielen werden, ehrlich gesagt, also dass wir sagen, wir haben einen und dann hast du so zwei Achter, so die Guzman-Typen, Geraldes-Typen, Torot-Typen, ja, dann würde das, das kommt wie gesagt auf das System an, ich glaube, Stand jetzt, dass wir drei, fünf, zwei erstmal spielen werden, was auch dafür spricht, dass wir zwei mit zwei Stürmern spielen, also das wird sich schon ein bisschen die Statik unseres Spiels, glaube ich, verändern, also dass wir, ich glaube, dadurch, dass wir drei Mittelstürmer haben, die, glaube ich, jeder den Anspruch haben zu spielen, dass wir da wirklich, dass davon immer zwei spielen werden, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ich weiß auch, vielleicht spricht das auch noch dafür, dass wir eben diesen Außen, den wir gerade fordern, gar nicht holen, weil der in dem System gar nicht vorgesehen ist, das kann ja auch sein, es kann natürlich sein, dass du, wenn du eine Fünferkette spielst, dass die Außenverteidiger diejenigen sind, die zusammen mit den Achtern sich irgendwie abwechseln sollen, dass so, Typ Galcinovic ist ja auch prädestiniert eigentlich, diese Achterposition immer mal ein bisschen auf Außen auszuweichen, im Zusammenspiel dann mit, keine Ahnung, Chandler oder Da Costa auf der Seite, ich glaube, das wird so das werden, weil Geraldes schätze ich eh nicht ein, dass es so ein Stürmer ist, der, du setzt ihn irgendwie auf die halblinke Achterposition und er macht ja mit dem Linksverteidiger, stimmt er sich irgendwie ab, dass das sehr flexibel wird, vielleicht gibt es diese Rebic-Position bei uns gar nicht mehr, also es kann ja sein, dass wir gar nicht mit drei Stürmern spielen, wo du echte Außenstürmer hast, sondern, dass die Achter und die Außenverteidiger zusammen die Flügel übernehmen und ansonsten, du echt ein dichtes Zentrum hast, da bin ich sehr, sehr gespannt, da konnte ich jetzt in der Vorbereitung, weil er natürlich auch das Spielermaterial noch nicht zur Verfügung hat, ich glaube aber wirklich, dass sich die Statik und unser Spielziel verändern wird. Aber genau, und das ist ja auch das Ding, das kann gut sein und es kommt dann wirklich darauf an, ob wir halt diese Außen dann noch brauchen, finde ich, müssen wir sehen, müssen wir auch dem, sag ich mal, dem Management beziehungsweise der sportlichen Abteilung oder Führung, dann auch das Zugestehen, dass sie halt diese neuen Ideen entwickeln, für mich in Ordnung, aber es muss trotzdem jemand kommen, der ein gewisses Ausrufezeichen setzt, denn wir hatten das wirklich mit Prinz, der eine Bewegung auch so ein bisschen losgetreten hat, der viele Leute nochmal nach dem, das darfst du ja nicht vergessen, wir sind von der Pokal-Niederlage, Final-Niederlage gekommen und haben also gedacht, na, war geil, scheiße, dass es nicht geklappt hat und dann, gut, wie geht es in die neue Saison, wir starten auch alle so ein bisschen hart, natürlich ist das Erwachen danach auch ein bisschen problematisch, okay, es geht wieder rund, was können wir erwarten, den einen oder anderen haben wir nicht mehr, viele Leute sind weggegangen, vielleicht auch ein paar so sympathische Figuren und so und dann kam jemand wie Prinz, der uns alle mit Feuer und Flamme versetzt hat und dass du das nicht ganz klar reproduzieren kannst, ist auch klar, aber dass du ein Stück weit dieses Feuer wieder spüren musst, auch weil wir jetzt eine Dreifach-Situation haben, die wir auch überstehen müssen, wo es aber auch darum geht, so Leute zu haben oder auch mal gewisse Tiefs besser überstehen kannst, da muss die Eintracht für planen, das kann aber auch, das kann auch wirklich am letzten Spieltag oder am letzten Tag der Transferperiode passieren, das müssen wir denen zugestehen, wenn die Leute eh jahrelang im Saft sind, ist das kein Drama. Ja, du brauchst aber gerade, selbst wenn die Eintracht das gerade nicht planen, wenn Rebic geht, musst du das fast machen, du musst trotzdem so ein emotionales Trostpflaster in dem Sinne machen, weil dann wirklich viele Lieblinge auch weg sind, dann ist Mascarell weg, Rebic weg, Boatengen weg, Wolf weg, wo trotzdem auch Fans irgendwie, die gefeiert haben. Klar können sich dann andere in diese Herzen reinspielen, Toro kann, das kann alles passieren, nur finde ich auch trotzdem. Ja klar, aber momentan geht dir so ein bisschen der emotionale Anknüpfungspunkt in der Mannschaft. Ja, würde ich fast nicht mal sagen, aber ich finde trotzdem so, auch für die Mannschaft selber zu denken, okay, das ist ein Zeichen, wenn dieser Typ zu uns kommt. Also so zu denken, ey, krass, ich weiß nicht, und Schein wird ja in Dortmund scheinbar wirklich aussortiert, ich will es jetzt auch nicht die ganze Zeit mich auf ihn konzentrieren, aber ich finde, er beschreibt dieses Kaliber ganz gut, das ist natürlich keiner, der mehr jetzt auf der allerhöchsten Stufe seiner Karriere jetzt gerade noch ist, aber für uns würde es locker noch reichen und wenn du dich um den kümmerst, dann kann das schon gut werden. Aber meine Güte, wir werden es abwarten müssen, bis zum 31.8. ist, glaube ich, alles offen. Von daher, ich bin wirklich relativ entspannt, weil ich sehe momentan, zumindest wie wir es in den vergangenen Jahren hatten, dass wir diese eklatanten Lücken, wo du sagst, Alter, wie können die, wie können die, die sehe ich jetzt gerade gar nicht mehr, selbst wenn die Saison morgen losgehen würde. Ja, das stimmt. Wäre das okay? Also es ist natürlich, wie gesagt, Rebic hin und da zähl, aber es ist nicht so, dass du denkst, okay, so können wir nicht starten, weil da fehlen noch zwei, drei wichtige Eckpfeiler, die in die Startelf kommen, das sehe ich nicht. Also du könntest aus dieser Mannschaft, die gerade da ist, eine wirklich geile Startelf machen und hättest auch noch coole Spieler auf der Bank, also das muss man auch mal sagen. Was denkt ihr denn, wie schnell geht das denn jetzt mit der Rebic-Geschichte und wer ist aus eurer Sicht der Kandidat, der das Titel, der das Rennen macht um den begehrten Spieler? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es die Bayern machen. Ich leide auch. Und da würde ich kotzen, ganz ehrlich, da würde ich kotzen, weil ich die Befürchtung habe, dass uns da ein paar Millionen durch die Lappen gehen. Also ich glaube nicht, dass Bayern uns wirklich 40, 50 zahlt, sondern die zahlen dann 32 oder sowas, wovon dann noch ein Drittel weggeht und dann bleiben bei uns fast nur 20. Das würde mir echt wehtun. Ja, da würde ich die Eintracht aber auch nicht verstehen, wenn sie den Move dann machen. Ja, das Ding ist, wir reden trotzdem auch noch über einen Menschen, den du nicht zwingen kannst, nach Manchester zu gehen. Der will vielleicht zu Niko Kovac. Also vielleicht ist es so, du kannst ja nicht sagen, ey, du bist irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt, ich verkauf's jetzt nach England, weil die geben uns 50, wenn er sagt, ey, nee, ich hab keinen Bock auf Mourinho, ich will lieber mit Niko Kovac zusammenarbeiten. Das sind leider drei Parteien dann, die in so einem Ding sind und ich kann mir vorstellen, dass es dann zu so einem Dings kommt, wo man dann sagt, okay, 30 Millionen zahlen die plus erfolgsabhängige Dings. Das ist in diesem überhitzten Markt, für mich wäre das zu wenig, aber ich befürchte, dass es so kommen wird. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern da schon einen großen Vorteil aktuell haben, halt auch wegen Kovac. Es ist ja lustigerweise eine der wenigen Vorteile, die die Bayern aktuell wegen Kovac haben. Also wenn, es ist ja momentan, also so wie ich das betrachte, ich muss auch sagen, ich habe die Bayern natürlich nicht komplett im Fokus aktuell, weil die Eintracht mal ein Verein ist, merke aber, dass relativ wenig bei den Bayern passiert. Also auch wenig, wo du sagen könntest, okay, jetzt, jetzt, jetzt geben wir wieder Gas, jetzt sind wir wieder da, mir sein mir und bla 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 und so. Das hörst du momentan nicht. Ich habe nicht das Gefühl, also von mir, zu mir dringt nichts derartiges von absoluter Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, vielleicht wäre das das Fund, was Kovac dementsprechend mitbringen könnte, was natürlich aber auch Sinn ergibt. Denn ich denke schon, dass ein Rebic durch Kovac bei Bayern funktionieren kann. Und ich glaube, Rebic weiß auch ganz genau, dass es bei Manchester United nicht zwingend funktionieren muss. Dann kann das ganz schnell sein, dass er dann irgendwie beim B-Team aufläuft und dass er dann die Chance hat, nach einem Jahr mit zehn Spielen und drei Toren vielleicht irgendwie dann wieder zu Westland oder so zu gehen. Was auch noch okay ist, weil da ein Gehaltsgefüge eine ganz andere Rolle spielt und auch finanziell du auf einem anderen Niveau befindest. Aber es ist ja vielleicht nicht das, was er planen wollen würde. Er sagt, er wird vielleicht Champions League spielen. Ich würde sagen, ich glaube aber nicht, dass Rebic für mich ein Spieler ist, dem es jetzt alleine auf das Gehaltsgefüge ankommt. Er will auf dem Platz stehen und er will spielen. Von daher wäre er wahrscheinlich eher daran interessiert, da halt wirklich zu einer Mannschaft zu gehen, wo er auch die Möglichkeit hat, sich dann in die Stammmannschaft reinzuspielen. Absolut. Und vielleicht auch zusätzlich das Gehalt dann nochmal so einen kleinen Sprung nach oben macht. Ja gut, also es wird kein kleiner Sprung, es wird ein massiver Sprung in Sachen Gehalt. Aber ich denke schon, oder ich würde ihm zugestehen, dass er das sportliche Ansinnen halt auch hat, für zu zeigen, dass er ein Spieler ist, der auf internationaler Klasse brillieren kann. Wie er es in Ansätzen jetzt bei der Weltmeisterschaft gezeigt hat, das halt natürlich auf Niveau eines Klubs dann zu zeigen, internationaler Klubs, am besten Champions League. Ich denke, das ist sein Ziel, das kann man ihm auch nicht verdenken. Aber es wird wahrscheinlich auf die Bayern hinauslaufen, weil alles andere, ja, es kann sein, dass Manchester United so einen Move macht, aber die positionieren sich auch manchmal nur, um zu zeigen, wir sind auf dem Markt noch präsent. Im Endeffekt wird da ein anderer geholt, der geht doch zum Bayern. Ja, wir müssen sehen, es wird sich alles auf die Finanzen abspielen. Für mich ist es halt nur wichtig, dass dann doch noch ordentlich Geld bei rumkommt. Alles andere haben wir leider nicht. In unserer Macht, und der Basti hat es angesprochen, das ist ein Spieler, der natürlich auch einen eigenen Kopf, eigene Gefühle hat und die müssen auch berücksichtigt werden. Vor allen Dingen, weil, ich glaube, die Mentalität von RB Leipzig kannst du schon so ein bisschen mit dieser englischen Kader-Mentalität vergleichen. Also wenn du es nicht bringst, dann bist du weg. Und ich glaube nicht, dass du da Bock hast, weil in England bist du ja trotzdem einer von, was weiß ich, 40 Spielern und wenn du kein Ding hast, dann kommt halt der Nächste. Ich glaube schon, dass wenn er das Gefühl hat, dass Kovac auf ihn setzt, das ist nochmal eine andere Basis. Also ich glaube schon, dass die Erfahrung, die er gemacht hat, da auch mit einfließen und dann ist es der beste Move für ihn. Der bleibt im Land, der hat sich an die Bundesliga einigermaßen gewöhnt, der hat dann wieder einen Trainer, der ihm vertraut. Das wäre für ihn schon besser, als wenn er dann wirklich bei Manchester United wahrscheinlich irgendwie nur elf Spiele macht oder so. Also muss man schon sagen, da gibt es halt andere, die können sich andere Kaliber auch noch leisten für 90 Millionen oder was weiß ich was. Ja, ja. Das wäre für mich gut, auch wenn ich es persönlich besser finden würde. Ich fände es geil, keine Ahnung, wenn der zu Tottenham geht für 48 Millionen Euro. So was. Das finde ich am allergeilsten, weil ich auch gar keinen Bock habe. Ja, wir kommen später zu den Leuten. Ja, aber ich meine, das ist ja dann auch nochmal, wenn du sagen kannst, da ist dann auch mal ein Spieler von der Eintracht für einen nicht gerade kleinen Betrag in eine große Liga ins Ausland gegangen, ist natürlich dann auch nochmal so eine Story, die du auch irgendwie ganz anders dann nochmal verkaufen kannst. Das wäre ein besseres Gefühl, was ich, also ganz egoistisch gesehen, mir würde es ein besseres Gefühl geben, als ihn bei Bayern spielen zu sehen. Ja, nicht nur das, aber auch. Ich würde ihn auch lieber anfeuern bei einem anderen Klub. Ja, aber auch von der Story her, dass du sagst, die Eintracht ist ein Ausbildungsverein für die Großen, dass du halt auch wirklich sagen kannst von wegen, hey, und da haben wir einen, der ist auch zu einem von den Großen gegangen und nicht so in dieser Logik bleibt nach dem Motto, naja, da haben halt die Bayern mal wieder die Liga leer gekauft, um sich irgendwie das Leben einfacher zu machen. Ja, ist halt auch nochmal eine andere Story. Also ein anderes Modell, was ich noch geiler finden würde, weil es gibt ja trotzdem noch Robben und Ribéry, also muss man ja sagen. Die sind ja noch da. Wenn Bayern wirklich einfach die Chance jetzt nutzen will, so wie Liverpool das bei Cater gemacht hat und wenn die uns jetzt sagen, ey, wir geben euch jetzt 30 Millionen Euro, lassen den aber noch ein Jahr bei euch und leihen in einem Jahr an euch aus. Das ist ja auch jetzt ein Modell, was ein bisschen weiter sich verbreitet in den letzten Jahren. Damit könnte ich vielleicht auch leben, dass er mit uns noch die Euroleague spielt, aber er eigentlich schon verkauft ist. Nagelsmann ist ja jetzt auch schon irgendwie gegen Leipzig. Das kannst du schon machen. Zu sagen, okay, der geht nach München. Warum solltest du das machen? Weil Bayern dann A, den Spieler jetzt hat und irgendwie das nicht noch teurer werden kann für die, dass sie Planung haben, aber gleichzeitig garantieren sie ihm jetzt noch Spielpraxis, während Robben und Ribéry noch da sind, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da sind. Also es ist ja für Bayern eine Planung, die dann in die Zukunft geht. Zu sagen, okay, wir können dir dieses Jahr noch nicht genug Spielzeit garantieren, weil wie gesagt, Robben und Ribéry noch da sind. Die gehen aber nächstes Jahr. Mit Gnabry haben die es ja auch gemacht. Also die haben den ja auch gekauft und einen weiterverdient. Der Fall wäre halt, dass sie ihn an uns verleihen, weil er hier das Umfeld kennt. Könnte man, ist zumindest was, was ich irgendwie... Ja, vom Modell her denkbar, aber irgendwie ist das etwas, woran ich nicht so recht glauben würde in der Konstellation. Kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Würde ich trotzdem wichtig finden, dass wir dann auch schon Ersatz holen, weil ich denke auch, dass bei Rebic nach der WM ein kleiner Downfall einsetzt. Eine ganz natürliche Rückgewöhnung auf die Bundesliga. Und dafür müssten wir dann auch gewappnet sein. Aber grundsätzlich... Ja, und dann ist halt auch, wie gesagt, die Frage, das war ja das, was Bastian Frinken gesagt hat, haben wir überhaupt ein präferiertes System mit Außenstürmern? Also brauchen wir in dem System überhaupt? Genau, das kommt dann auch drauf an. Gut, aber das ist natürlich echt nichts, was die Eintracht natürlich jetzt kommunizieren will, weil wenn du dann feststellst, ach guck mal, die Eintracht spielen, dann ein ganz anderes System, da brauchen die gar nicht mehr, können sie günstiger verkaufen. Da wird natürlich jetzt die Statute noch nicht dementsprechend aufgenommen. Nee, noch steht ja auch gar nicht fest, was wir für ein System haben. Es kann ja durchaus sein, dass dann der eine oder andere noch aus dem Hut gezogen wird. Eine Diskussion, die ich auf Twitter nochmal interessant fand, weil Basti vorhin das mit den offensiven Außenverteidigern hatte, war so die Frage, ob wir nicht auch nochmal einen Außenverteidiger brauchen. Da war die Argumentation, Willems Stammkraft auf links, da Costa Stammkraft auf rechts, Chandler ist so der Spieler, der sowohl da als auch da spielen kann und Tavata ist eher so, ja, Luftnummer und Bayreuther ist noch nicht nah genug am Bundesliga-Kader dran. Was ist da so eure Meinung? Brauchen wir da noch einen oder kommen wir da mit vielleicht. Können wir ja Hilfe des Holenden? Ja, vielleicht wird das genau, ja, aber ja gut, aber vielleicht wird das halt auch die Position, die neu besetzt wird. Ich glaube, da hat Tavata, also wenn alles einigermaßen läuft, würde die Eintracht verlassen, gehe ich irgendwie fast von aus. Williams wird eine noch bessere Saison spielen, da gehe ich dann auch von aus, einfach mal ein bisschen optimistisch. Aber ich finde die Idee mit einem weiteren Außenverteidiger durchaus relevant, aber da muss halt auch abgewartet werden. Also da Costa spielt sich immer weiter rein. Ich finde, ich glaube, dass das jemand wird, der uns noch viel Freude in dieser, in der nächsten Saison jetzt machen wird, definitiv. Aber ansonsten brauchst du halt noch jemanden, wenn du da jemanden bekommst. Why not? Also wir werden, auch wenn jetzt schon Leute sagen, der Kader wird relativ groß. Gut, keine Ahnung, was willst du mit Leuten wie Kamada? Da kannst du auch noch nichts mit planen. Der Kader war in der letzten Saison auch relativ groß. Und jetzt haben wir noch einen Wettbewerb mehr, wo wir zumindest ein paar Spiele machen wollen und nicht in der Liga total untergehen. Also von daher brauchst du halt auch ein bisschen Alternativen. Und es gibt trotzdem noch viele Streichkandidaten. Und wenn du dir defensiv vielleicht auch ein bisschen aufbaust, why not? Da wird sich noch viel entscheiden. Ich gehe schon davon aus, dass wir auch rechts oder links außen auf jeden Fall nochmal gucken. Und wir haben ja auch Ende der letzten Saison wieder gesehen, wie das dann Richtung Ende ist. Wenn du Verletzungen hast, wenn du Sperren hast, wir dürfen halt auch nicht vergessen. Wir haben nach wie vor auch noch so jemanden wie ein Pallet im Kader, der halt auch gerne einfach mal mehr Karten sammelt, als er vielleicht irgendwie braucht. Ja, also von daher so ein bisschen Flexibilität brauchst du da halt. Und du gehst aber nicht von aus, Basti. Ich gehe da nicht von aus. Ich glaube, dass Williams links, ich glaube, Williams wird links eine ganz, ganz prägende Rolle spielen. Er wird fast alle Spiele machen. Dann hast du da Chandler als Backup. Und rechts hast du da Costa, der, wie der Marvin es gesagt hat, meiner Meinung nach auch einen weiteren Schritt gehen wird. Das heißt, du hast eigentlich zwei feste Stammspieler. Hast du einen Chandler, der auf beiden Seiten ersetzen kann. Du hast Bayreuther als jungen Spieler. Und, wen wir vergessen haben, du hast halt auch Salcedo. Also der, der in der mexikanischen Nationalmannschaft auch manchmal spielt. Also das würde mir, mir würde das reichen, weil das fünf Spieler für zwei Positionen sind. Das würde mir persönlich ausreichen. Ja. Na gut. Dass du Salcedo quasi als Außenverteidiger noch... Ja, ich sehe halt Salcedo auch sehr viel einfach auf der Innenverteidiger-Position. Das heißt, der hat natürlich dann auch per se schon mal relativ viele Spiele irgendwie in den Knochen. Ja, logisch. Aber wie gesagt, Chandler sehe ich momentan gar nicht in der Mannschaft. Wie gesagt, aber... Ja, jetzt fühl ich halt eher so ein ordentlicher Backup-Moment. Was für eure These sprechen würde, ist, dass es auch viele Gerüchte um Außenverteidiger gab. Also in Italien viele... Es gab zwei Gerüchte aus Italien, glaube ich. Aber es kann natürlich sein. Es kann auch sein, dass Chandler uns noch verlässt. Wer weiß das schon. Vielleicht will er auch sich noch verändern. Ich glaube, dass Fabian uns auf jeden Fall verlassen wird, spätestens im Winter. Ja. Ja, ich glaube sogar eher... In den medizinischsten Bereichen die gesicherte Information, dass das wahrscheinlich so ist, dass er gehen wird. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube, er wird durch Geraldas ersetzt werden. Ja, es gibt so... Ich glaube, die Eintracht holt vielleicht, wenn Rebic geht, noch zwei, drei Spieler und dann war es das, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir den Kader weiter aufblähen. Ich glaube eher, dass die denken, okay, wir brauchen, keine Ahnung, 28 vielleicht, plus, minus. Ja. Und das wird dann reichen. Aber dann können natürlich die Probleme auftreten, die du genannt hast. Aber dann musst du dann halt im Winter vielleicht reagieren. Ich bin trotzdem... Ich finde es gut, zum Beispiel Besuchskopf ist jetzt verliehen worden, weil bevor du wirklich gar keine Spiele machst, dann lass die Spieler lieber verleihen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie auf der Abgabe... Tavata rechne ich auch damit, dass er geht. Herr Gotha wird gehen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, relevant könnte halt, wie gesagt, noch sein, dass wir noch diese Regel haben mit den deutschen Spielern. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja. Das kann durchaus noch relevant werden, da müssen wir mal gucken. Ja, wobei ich da fast von ausgehe, dass sie dann den einen oder anderen Jugendspieler mit einem Profivertrag ausstatten werden, die dann halt im Kader stehen, aber... Ja, aber du musst halt auch aufpassen, dass... Die U19 ist in der letzten Saison schon fast abgestiegen. Auch da müssen ein paar Änderungen her. Und ich weiß nicht, ob du dieses Dauer-Doppelkonzept fahren kannst und dann wieder in Kauf nimmst, dass die U19 vielleicht nicht so ganz so konzentriert arbeitet. Also das ist schwierig. Da müssen wirklich Lösungen gefunden werden. Und natürlich brauchen wir, und das ist ja auch gar nicht verkehrt, den einen oder anderen deutschen Spieler mehr zu haben. Aber dann muss es halt auch... Wäre halt auch geil, wenn es ein guter ist. Also der ja die Mannschaft auch weiterbringt und nicht nur irgendwie auf dem Papier war. Aber wir müssen auch sagen, das hat man bei Wolf auch gedacht. Und schau, wie er sich entwickelt hat. Da ist natürlich noch einiges möglich. Und es gibt auch jetzt schon noch den einen oder anderen Jugendspieler oder jüngeren Spieler, der nicht wirklich vereint. Das wird bis Ende August passiert noch enorm viel. Ich gehe mal aus, dass Fabian, wie du gesagt hast, Fabian und Co, da wirklich einige nicht mehr im Kader sein werden. Und stattdessen werden wir vielleicht noch drei, vier neue Gesichter da drin. Vielleicht spielt Chava auch eine Rolle. Der soll ja auch positiv aufgefallen sein. Wer weiß das schon. Das sind... Und was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Verletzungen kommen ja meistens manchmal auch nicht erst während der Saison, sondern das kann jetzt auch noch passieren. Also es kann dir plötzlich passieren, dass dir in der Vorbereitung noch einer weckracht wurde. Ja, klar. Ich meine... Das wird die Eintracht sich, glaube ich... Ich glaube, die Eintracht behält sich, egal wie viel wir mit Rebic einnehmen, ich glaube, die behalten sich ein gewisses Budget für Ende der Transferperiode, falls vielleicht was Geiles von der Rest der Rampe irgendwo runterfällt bei den Großen und oder für den Winter, falls... Dass man noch reagieren kann. Ich glaube nicht, dass die Eintracht all in gehen wird. Ich glaube, die werden sich ein Polster von 10 Millionen Euro zurückhalten. Ja, würde ich jetzt auch von ausgehen, dass wir da nochmal ein bisschen Spielgeld in der Hinterhalt behalten. Sollen wir den Teil mit den Transfers mal so ein bisschen abschließen? Ich glaube, da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, aber wir können festhalten, dass da noch einiges bis Ende des Monats passieren wird. Und dann haben wir ja noch neben der Eintracht ein anderes großes Thema, wo wir ja immer schon so ein bisschen dran langgekratzt sind und was ja jetzt die letzten Tage auch sehr präsent war und wo wir auch drüber sprechen wollen, alles so rund um jetzt den Nationalmannschaftsrücktritt und den ganzen Pressezirkus, der da passiert ist, um den Rücktritt von Oesl. Ich habe da eine sehr eigene Meinung dazu. Ich würde aber gerne erst mal eure hören. Ja, also ehrlich gesagt, das ist eine sehr vielfältige Meinung. Ich denke, die lässt sich... Ich muss sagen, also ja gut, ich fange vorne an. Also es gibt ja drei Teile. Ja, also das hat er insofern ganz cool gemacht. Ja genau, lass mich mal so anfangen. Insofern, ich finde es ziemlich smart, dass er nicht den Weg über ein traditionelles Medium gewählt hat, sage ich mal, so eine präferierte Zeitung und so weiter und so fort, sondern dass er, und da waren übrigens auch einige sauer, wenn ich mir dann angucke, wie Reichelt geschrieben hatte, anscheinend richtig sauer war und ein bisschen pekiert, dass vielleicht nicht seine Zeitung oder so so ein traditionelles Medium gewählt wurde. Das hat er dann auch in die Bild-Zeitung einfließen lassen, lächerlicherweise, wie er halt so tickt. Fand ich ganz smart, dass er das über seinen eigenen Kanal gemacht hat, das sind drei Teilen, jeden eigentlich dazu animiert hat, indirekt auf die weiteren Teile zu warten. Also ich kann mir die letzten Stunden vor dem dritten Tweet angucken und kann schauen, wie viele Leute dann irgendwie gewartet haben, oh, was passiert in Teil 3 und so. Ja, also das ist besser als die meisten Fortsetzungen von irgendwelchen Filmen. Da sind die dritten Teile meistens kacke. Das war hier nicht so der Fall. Also ich muss sagen, das hat er ganz smart gemacht. Was mir im ersten Teil durchaus fehlt und das muss ich sagen, das ist ehrlich gesagt auch, da gibt es kein Ja. Aber ich finde die mangelnde Kritikfähigkeit seinerseits oder die mangelnde Reflexion, dass er irgendwie nicht festgestellt hat, was Erdogan auch für Deutschland bedeutet, beziehungsweise wie Deutschland ihn sieht oder gewisse Teile Deutschlands ihn sehen, dass er, das hat er leider für mich nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, herausputzen können. Also ich muss sagen, das war für mich ein großes Problem, dass er das halt, ich will nicht sagen, er redet es klein, aber er erzählt es so, wie er das sieht. Aber das ist für mich ungenügend, denn wenn ich sehe, was Erdogan, ohne jetzt dauerhaft zu politisch zu werden, für türkische Maßnahmen in seinem Land gemacht hat, wie viel Repression es gab gegen Journalisten, gegen andere deutsch-türkische Mitbewohner und so weiter, Mitbürger, die dort eingewandert sind, die ja alle pauschal der PKK zugerechnet hat und so weiter und so fort. Da ist sehr viel Schindluder getrieben worden von Erdogan. Es ging auch darum, dass er viele deutsche Bürger pauschal als Nazis bezeichnet hatte. Wir erinnern uns an die Ausfälle gegen Merkel und so weiter und so fort. Natürlich kann man zu Merkel auch eine sehr differenzierte Position haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber Erdogan ist halt ein mehr als streitbarer Charakter, der leider so nicht von Özil gewürdigt wurde und das fand ich problematisch. Das muss ich sagen, das ist der erste Teil. Zum zweiten Teil. Ja, da findet er, wie du es gesagt hast, ja, bei dem ersten Teil. Ja, bei dem ersten Teil, ja. Genau, als ich den ersten Teil nur gelesen habe, habe ich gehört, Alter, boah, der ist nicht ganz dicht. Also das war es wirklich so, das hat sich echt gewandelt. Bei mich hat er mit dem dritten Teil erst abgeholt. Aber das war so eine beleidigte Leberwurst-Nummer, wenn wir dann auch auf den zweiten Teil gleich kommen. Man muss wirklich sagen, das ist auch populistisch in eine andere Richtung. Also da gibt es auch viele Dinge in diesem Text, die er da schreibt, die teile ich nicht. Und ich bin auch weiterhin kein großer Fan von ihm. Ich finde die Kommunikation, die er gewählt hat, auch gut, wie du es gesagt hast, dass er sich nicht jetzt mit irgendjemandem gemein macht und wie hier der Uli, der ruft so häufig bei der Sportbild an und bla bla bla. Nee. Er hat das gemacht, er hat sich auch getraut, das muss man ihm auch hoch anrechnen. Er hat sich getraut, mit Matthäus sich anzulegen, mit Mercedes sich anzulegen, mit dem DFB und alles mögliche und mit Grindel. Das rechne ich ihm hoch an, dazu gehört Mut. Die Position hat er auch, aber ich muss sagen, wenn wir jetzt bei dem ersten Teil sind, wo wir sagen, okay, der hat das Problem trotzdem nicht verstanden. Also das muss man auch sagen. Muss man ihm leider auch ins Heft schreiben, zu sagen, ja, der hat nicht genau verstanden, worum es ging. Also das ist, ich will es aber vielleicht sogar ein bisschen damit entschuldigen, was alles auf ihn eingeprasselt ist. Wenn ich jetzt ständig zu jemandem sage, ey, du Spass, du Penner, du Wichser, bla 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 bla, da baust du dir, glaube ich, auch so einen Panzer auf, der dann dazu führt, dass du eben nicht so differenziert und ruhig dann antwortest, sondern einfach wirklich sauer bist. Ja, das ist ja okay. Aber darum, da werden wir ja noch bei Teil 3 drüber sprechen, aber für mich geht es halt bei dem ersten Teil einfach darum, und er hat ja die Position Erdogan beschrieben und hat gemeint, es geht um das Präsidialamt grundsätzlich und nicht um die Person Erdogan. So, und da finde ich, macht man es sich halt so einfach. Ich finde, dieser Ausweg ist für mich nicht stringent genug inhaltlich, denn das finde ich einfach problematisch. Ich kann natürlich nachvollziehen, da kommen viele von seiner Vorfahren her und so weiter und so fort. Und vielleicht willst du auch die Vorfahren, die vielleicht noch dort wohnen, nicht irgendwie in Bedrängnis oder in eine schwierige Situation bringen. Kann übrigens auch sein, wissen wir nicht. Ja, da gibt es auch immer auch einige Fälle, was ich heute noch höre. Aber das war halt ein Stück weit einfach zu wenig. Und da hätte er mehr sagen müssen, okay, ich sehe das ein, dass das für viele in Deutschland einfach problematisch ist. Ich habe das halt trotzdem, keine Ahnung, hätte eine andere Lösung finden müssen. Aber man kann auch einfach mal sagen, wisst ihr was? Ja, das Foto war halt kacke und ich verstehe, dass ihr das so seht. Ich habe das in dem Moment anders gesehen, habe mir darüber keine Gedanken gemacht oder sonst irgendwas. Aber da kann man auch dazu stehen. Also da kann mal aber auch selber selbst noch mehr dazu stehen, kann sagen, das war kacke. Und auch selbst, wenn es in weiteren Teilen auch um die sportliche Leistung vielleicht mal geht, kann man auch mal sagen, hier, ich habe auch nicht so gut gespielt. Das ist überhaupt kein Drama. Ich meine, Özil öffnet sich ja. Und das hat er in weiteren Teilen ja auch gemacht. Das finde ich auch super. Aber auch hier in seinen Erdogan muss er für meinen dafür halten, wenn er so ein Statement veröffentlicht, ein bisschen reflektierter denken und kann das nicht einfach so auf eine abstrakte Position schieben. So nach dem Motto, wenn er jetzt irgendjemand Theresa May oder so macht das genauso. Nee, das ist mir einfach zu einfach und man kann als Politiker bzw. als Sportler kann man auch mal sagen, ich muss nicht jedem die Hände schütteln. Ich glaube, es herrscht kein Zwang. Vielleicht gab es einen intrinsischen Zwang, das kann sein, aber den kann er dann dementsprechend auch näher begründen. Und wenn er das nicht tut, dann muss ich sagen, hätte er das auch nicht tun müssen. Das war einfach eine blöde, saudumme Aktion. Ja, aber genau, jetzt zu Teil 1, was mir grundsätzlich auch ein bisschen missfällt, wenn wir jetzt schon dabei sind, finde ich die Tatsache, dass er, wie so viele in unserer Zeit, immer über die Medien sprechen. Ich finde den Ansatz falsch, denn eine Differenzierung tut auch hier Not. Es gab auch viele, das mag nicht die Mehrheit sein, das mag nicht die Zeitung stärkste, die auflagenstärkste Zeitung sein, aber es gab viele Medien, die sich differenziert zu Özil geäußert haben, die versucht haben, seine Position zu reflektieren, zu verstehen. Und dann finde ich es schade, wenn immer geschrieben wir die Medien haben, die Medien haben auf mich eingeschlagen und so, dann kannst du die Leute auch klar benennen. Natürlich ist die Bild-Zeitung ein Drecksblatt, bei allem Respekt. Und die hat Monate, Jahre lang eine Kampagne, eine Scheißkampagne gegen Özil gefahren und das ist unter aller Sauen. Das kann er aber auch durchaus benennen, aber es gibt trotzdem auch differenzierte, ich habe bei elf Freunden differenzierte Beiträge, auch mal beim Kicker und so weiter und so fort. Und das muss man auch dann wirklich dann auch mal sagen. Es sind nicht die Medien, das sind halt Teile und es ist ein großer Teil unserer Gesellschaft. Und das hat mir einfach ein bisschen gefehlt in der Hinsicht. Ich finde auch die Analogie zu Lothar Matthäus, die er wählt, ja, finde ich plausibel, aber ist halt auch so ein bisschen What about autism so, weißt du? Nur weil Lothar Matthäus ist der letzte Lurch. Muss ich mich denn mit so einem Hans Wurst, der der größte Dilettante in der letzten Zeit ist, muss ich mich mit dem gemein machen? Nein, muss ich nicht. Ist ein guter Spieler gewesen, aber es ist sonst ein Vollpfosten so. Und der Özil will doch nicht dieser Vollpfosten sein. Also nehme ich mir ihn noch nicht als Beispiel, sondern steht da drüber. Das finde ich auch und das ist so, das ist wie oft in diesen Debatten. Jemand, der die eigentlich richtige Position vertritt, die aber auf so eine angreifbare Weise darstellt, da ärgere ich mich immer so ein bisschen. Also ich vergleiche das immer mit diesen Leuten, die sich zwangsempern über alles und damit verhindern, dass eine normale Diskussion stattfindet, obwohl sie eigentlich für die richtige Sache sind. Das ist, also wenn du eigentlich für eine richtige Sache sind, aber du es auch übertreibst in die andere Richtung, bietest du nämlich, der falschen Seite will ich es jetzt mal nennen, viel mehr Angriffsfläche und das wurde ja ausgenutzt. Mir war das einfach zu, ja, zu wenig nochmal durchgeatmet. Das war, da sind Punkte gewesen, die einfach streitbar sind und die diese Leute natürlich dankbar aufgreifen. Es wird in dem Presseecho, wird nicht einmal das Wort Rassismus erwähnt. Nein, da geht es um wirre Sachen, blablabla, aber das hat er ihnen ja geboten. Also er hat ihnen diese Ausfahrt, hat er durch diesen Brief und ich finde es merkwürdig, weil er scheinbar wirklich, das hat er nicht selber geschrieben, alleine komplett, weil er wirklich ja am Kalkül dahinter wäre. Das fand ich ein bisschen krass dafür. Also das hätte ich gedacht, wenn er das selber irgendwie in der Wut nach dem Spiel gesagt hätte, dann hätte ich das auch nochmal relativiert können. Aber dadurch, dass es so eine geplante Aktion war, finde ich das an gewissen Stellen ein bisschen drüber. Das spricht richtige Sachen an, aber ob jetzt irgendwie eine Software-Manipulation von Mercedes da reingehört, weiß ich nicht. Ja, finde ich auch. Ich kann ja nicht sagen, ich habe mich mit Erdogan fotografieren lassen, aber ihr habt aber auch eine Software-Manipulation. Ist im Kern wieder richtig, weil diese Doppelmoral beim DFB, da kriege ich ja Herpes, wenn ich da dran denke, wenn du überlegst, ob die alle, weil die haben teilweise auch die Wahl und machen es nicht. Und hier, keine Ahnung, in der Vergangenheit gab es Nationalspieler, die sich mit zwielichtigen Gestalten haben ablegen lassen. Gibt es immer noch. Und das ist alles richtig, aber die Argumentationsweise hat mir da nicht gefallen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, scheiße, das greifen dann die anderen wieder auf und zerpflücken das. Und dann wird wieder nicht über das richtige Thema gesprochen. Aber dann kam ja Brief 3. Genau. Und Brief 3, würde ich sagen, das kann ich, sofern ich das überhaupt beurteilen kann, aus meiner... Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja den Vorteil, wie wir alle, dass wir eine relativ privilegierte Position haben. Wir sind alle weiß, wir sind Männer und haben, würde ich mal sagen, in unserem Leben bislang in Deutschland relativ wenig Probleme gehabt bezüglich irgendwelcher Rassismen und anderer Dinge, weil wir natürlich in sich einfach privilegiert sind. Und andere, die vielleicht aus einer anderen Herkunft haben oder vielleicht nicht männlich sind oder so, vielleicht ein paar andere Probleme, vielleicht Pseudoprobleme, je nachdem, je nachdem, wie man das halt sieht, oder vermeintliche Probleme mit sich tragen, haben. Das hatten wir nicht. Und deswegen finde ich, soweit ich das beurteilen kann, richtig toll, was er so beschreibt. Denn ich denke, das ist der Alltag für viele Leute. Und da haut er natürlich auf Grindel drauf, auf den DFB so ein bisschen, aber auf Grindel. Und er spricht aber das Thema an, dass Rassismus ja immer wieder so fadenscheinig bekämpft wird, aber auch im DFB halt immer noch vorherrschend ist, ne, Basti? Ja, und das ist genau das. Und das ist für mich der Punkt. Und das ist aber trotzdem für mich eigentlich die Nachricht. Also bei allem Kram, der jetzt zerpflückt wird in der Öffentlichkeit, für mich ist das das, wo mein Brennglas draufliegt. Zu sagen, dass jemand, der es erfahren hat und für mich, für mich ist das krasse, für mich persönlich ist die krasseste Nummer, als er die Kommunikation, beziehungsweise den Ablauf mit dieser Steinmeier-Nummer beschreibt. Ja. Als er wirklich sagt, dass Grindel da wirklich sauer war. Dass das A beim Bundespräsidenten stattgefunden hat, dass die Leute vom Bundespräsidenten die Kommunikation übernommen haben und er da gar nichts irgendwie drin machen konnte. Und er dieses Ding nicht für seine Agenda nutzen konnte. Und das glaube ich Özil auch. Ich glaube, das kann ich ihm gut vorstellen, weil Grindel einfach, den habe ich eh von vor so eingeschätzt und vielleicht bestätigt das einfach meine Meinung. Und im Endeffekt hat es sich ja gezeigt, weil, was man auch nicht vergessen darf, Bierhoff und Grindel sind auf Özil losgegangen nach der WM. Das ist ja ein Thema gewesen, wo wir uns ja auch drüber aufgeregt haben. Und was er da schreibt, stimmt ja. Und er hat das, er beschreibt einfach, wie er das empfindet. Das kann man auch niemanden, ganz ehrlich, das nervt mich auch, dass die Leute anderen Leuten sagen können, wie die was zu fühlen haben. Ja, das war aber nicht so schlimm. Ja, auch so. Okay. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn einer sagt, hier, ich habe mir das Bein gebrochen, dann sagst du, ja, was ist denn jetzt schlimm? Ich hatte schon mal beide Beine gebrochen. Ja, cool, Alter. Dann tut es nicht mehr so weh. Also wo du denkst, ganz ehrlich, nur weil der mehrere Millionen hat, soll das dem irgendwie nicht nerven. Ganz ehrlich, mich nervt das schon, obwohl ich nicht betroffen bin. Wie ist das erst für ihn? Also ganz ehrlich, ich sitze hier, muss aufpassen, wenn wir nachher über andere Leute reden, dass ich wirklich nicht irgendwie, keine Ahnung, Privatinsolvenz anmelden muss, weil ich mehrere Strafen anhängig habe. Wie soll das dann für ihn sein? Also das ist, ganz ehrlich, das muss man wirklich ein bisschen anfangen zu denken, okay, man muss sich in andere Leute reinversetzen und die Nummer, die mit ihnen abgelaufen ist, die haben wir alle gesehen und das beschreibt er jetzt einfach nur. Das ist gar nicht so eine Behauptung, da ist überhaupt gar nicht irgendwie, dass man sagen kann, das sieht er nur so, so wie die Bildzeitung das probiert. Nee, das hat ja stattgefunden, das haben wir alle gesehen, das wurde ja geschrieben. Es wurde geschrieben, er wurde rausgepickt. Das wurde alles auch kritisiert von manchen Medien auch und von vielen Fans auch. Also es ist auch nicht so, dass er von allen verteufelt wird, aber, und ich finde es erschreckend, ich merke das jetzt auf dem Nachklang, auch in Leuten, die in meinem weiteren Umfeld sind, die völlig geisteskrank diese Nummer beurteilen, sagen, endlich ist er weg und keine Ahnung, das erschreckt mich krass. Das macht mich wahnsinnig gerade noch ein bisschen, das ist ja noch mittendrin. Aber ganz ehrlich, es muss doch Konsens sein zu sagen, okay, er hat das so empfunden, wir haben alle die Indizien live miterlebt, und da gibt es nichts zu diskutieren eigentlich. Und Grindel, ganz ehrlich, in der normalen Welt tritt er sofort zurück, selbst wenn er das nicht so sieht, sondern weil er denkt, okay, ein anderer sie hat so empfunden. Also die Sache ist halt mit Grindel, das ist leider nichts Neues. Also die ganze Causa Grindel, da gab es auch, glaube ich, Spiegel-Kommentare, da gab es einen Spiegel-Artikel, der die Historie von Grindel ausreichend beleuchtet hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er Freunde da auch mal was dazu gemacht hat, aber auf jeden Fall war es mit mehreren Medien. Es ging, du hast deine CDU-Karriere und ganz ehrlich, es gibt viele CDU-Leute, die sind vollkommen cool und alles in Ordnung. Ich will wirklich nicht über einen Kamm scheren und so weiter und so fort, gerade wenn ich momentan mitbekomme, dass es auch innerhalb dieser Partei relativ viel moderne Bewegungen gibt, die sich gegen Populismus und so weiter und so fort stellen. Also kann man durchaus differenziert betrachten. So, aber was Grindel in seiner ganzen Zeit, ob als Journalist oder bei der CDU gemacht hat und welche Position er bekleidet hat, habe ich mich damals schon gewundert, dass er überhaupt zu einem DFB-Chef wird, dass er überhaupt das Präsidialamt des DFB ansteuert, dass er überhaupt da durchgewunken wird. Das ist schon das erste Problem und dass er in Sachen Rassismusbekämpfung oder Toleranz und Fairness hat er es nicht so mit, das merkst du halt bei solchen Dingen. Es geht ihm ganz klar um seine eigene Position, um seine eigene Haut, um sein eigenes Standing und das hat Özil gut demonstriert, als er uns aufgeklärt hat, wie diese Situation mit Steinmeier war. Steinmeier, der eine durchaus umsichtige Person ist, was er ja auch nochmal, wo wir hier auch nochmal die Bestätigung für haben und Grindel, der im Endeffekt nur will, dass er möglichst gut dasteht. Und das zeigt, dass er eigentlich erstens nicht fähig für dieses Amt ist, dass es sowieso nach Frechheit ist, dieses dauernde Geschachere, dass wir überhaupt uns mal die Frage stellen müssen, wer arbeitet denn überhaupt im DFB, wenn es um Diversität, Vielfalt und so weil er dann sofort geht. Und er hat unser guter Max heute ein ganz cooles Posting abgesetzt, wo er sich dann die 13 Leute mal angeschaut hat und das waren alles, naja, Menschen, die wahrscheinlich relativ wenig Probleme in ihrem Leben hatten, außer dass mal die Sonnencreme ausgefallen ist oder so. Aber da muss ich echt sagen, da haben wir noch viel Arbeit und deswegen finde ich es richtig gut, dass Özil den Finger in die Wunde legt, weil uns war das in den letzten Wochen eh schon klar, aber ganz ehrlich, wie lang ist es denn schon immer dieses Gespräch? So Özil war seit, was weiß ich, eigentlich seit mindestens vier Jahren. Also ich meine, die Weltmeisterschaft hat so ein bisschen gerettet, aber es gab immer wieder, war immer der Erste, der angegriffen wird, war immer Özil, weil er eine Spielweise hat, die nicht ganz so offensiv ist, weil er nicht die Körperhaltung immer so hat, die sagt, ich bin der Geilste hier, was wollt ihr überhaupt? Ja, sondern weil er so ein bisschen in sich gekehrter Spieler schon immer war und deswegen war er immer derjenige, auf den alle draufgegangen sind. Guck dir mal an, Müller spielt seit Jahren nur noch Kacke, aber da regt sich keiner drüber auf. Müller, ein witziger Typ, ja genau, und es ist der Mannschaft, blablabla. Aber da muss ich kurz eingrätschen und einen Artikel empfehlen, es gab in der Zeit, glaube ich, einen Artikel, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, wo wirklich einfach auch mal darüber geredet wird, vielleicht hat die breite Öffentlichkeit in Deutschland einfach keine Ahnung vom Fußball. Natürlich haben die keine Ahnung. Und das spielt da rein, also das spielt da rein, das ist ein Spieler, der von jedem Trainer, mit dem er zusammengespielt hat, gelobbt wird, weil er ein riesen Kicker ist und jeder hat einigermaßen, der andere sieht das, nur weil der halt nicht in Zweikämpfe kommt, weil er die vermeidet mit klugen Pässen, mit klugen, also der ist einer, der den vorletzten Pass perfekt spielen kann, also das ist einfach, da gibt es auch nichts zu diskutieren, da gibt es auch Statistiken, da braucht man auch nicht drüber reden, aber vielleicht spielt das auch da eine Rolle, zu denken, okay, ja und das kumuliert dann, aber das ist trotzdem, wie du Marvin es gesagt hast, wenn Özil trotzdem, ich weiß nicht, das liegt dann trotzdem daran, dass es halt Özil ist, wenn du einen Spieler hättest, keine Ahnung, wenn Thomas Müller eine ähnliche Spielweise hätte, dann weiß ich nicht ganz genau, das ist aber leider hypothetisch, deswegen, mir fällt es schwer, das auseinander zu ziehen, mir fällt es wirklich schwer, weil Özil ist trotzdem von seiner Art, ein Spieler, den kann, ich finde den auch unsympathisch, wenn ich gesagt habe. Ja, aber die Sache ist doch die, aber selbst wenn, ja, selbst wenn, und er hat ja bei der Weltmeisterschaft nicht gut gespielt, aber das kann man, das ist doch, du kannst doch die Leistung immer kritisieren, aber du musst es doch auf der Leistung beruhen lassen und das ist nämlich genau das Problem, dass Dinge wie bei Özil ganz besonders, teilweise, ganz ehrlich, Boateng, überlegt ihr, wie das mit Kevin Prinz Boateng war, als er, als er natürlich auch ein bisschen über die Strecken geschlagen ist und Ballack da, ja, kann man sagen, also vielleicht, also nicht mutwillig verletzt hat, aber eine sehr äußerst unglückliche Grätsche reingeschlagen hat, die Ballacks ausgedeutet hat. Zumindest in Kauf genommen. Ja, in Kauf genommen und das sagt er ja auch heute, da war er ein bisschen drüber und so weiter und so fort, aber das sind die Typen, die immer angefeindet werden, das sind die Typen und es ist halt nicht derjenige, der Karl-Heinz Horstelhuber oder so, der ein böses Faul macht und ist ja nicht so wichtig und in einem halben Jahr hast du wieder vergessen. Das Problem ist, dass wir ein unterschiedliches Gedächtnis haben, aber bei Özil, da ist es ganz langweilig, weil es sich über Jahre hinweg von großen Zeitungen, halt von der Bild-Zeitung, die jahrelang eine Kampagne gemacht hat, von anderen Medien, die wirklich eine jahrelange Kampagne gegen Özil gemacht haben und das ist das Problem, das Problem heißt hier, leider, leider, das ist Rassismus, so muss man sagen. Und das ist aber ein struktureller, das ist aber ein struktureller Rassismus, der herrscht und im Endeffekt wurde der einfach entlarvt, nicht durch diese Sache jetzt, durch sein Statement, sondern vorher schon, als, wie der Mavins gesagt hat, er rausgegriffen wurde für seine schlechte Leistung, obwohl er beweisbar nicht der schlechteste war. Das ist es. Und dann ist es ja genau das. Das ist genau dieses, du hast zwei Spieler, Müller, Özil, die spielen beide Kacke und Özil war sogar noch ein bisschen besser. Wer wird sich aber rausgegriffen? Özil. Und ganz ehrlich, da kannst du, egal wie viel differenziert und wie viele Ecken du denkst, da landest du bei rassistischen Motiven, weil anderes gibt es nicht, weil du hättest dir statt Özil die ganze Mannschaft, da gab es keinen, wo du sagst, okay, sagen wir mal, Özil wäre wirklich der katastrophalste von allen gewesen. Dann kannst du eine andere Diskussion führen. Dann kannst du sagen, ey, mir muss es erlaubt sein, ihn zu kritisieren, auch wenn andere das aus anderen Motiven machen. Dann sag ich, aber er war ja nicht der Schlechteste, das ist es ja. Er war nicht der Schlechteste und trotzdem war er der Einzige, der im Fadenkreuz stand. Und das ist für mich der Beweis, dass es da wirklich, dass es schlimmer ist, als ich dachte. Das ist übel. Also das finde ich ganz, ganz übel. Und das erklärt vielleicht auch seine Reaktion, die dann an gewissen Stellen vielleicht eben nicht reflektiert genug ist und differenziert genug, sondern die auch eine gewisse Enttäuschung und Wut auch transportiert. Aber ich glaube, das kann ich sogar verstehen. Ja, und das, was mich halt auch immens frustriert, ist die Tatsache, dass dadurch, sag ich mal, dieses nicht ehrliche gegen Rassismus arbeiten des DFB, dieses zweischneidige, ich finde das ein richtig krasser Punkt, ein geiler Punkt, den er angesprochen hat, dass er gesagt hat, ja, warum wird er bei mir eigentlich immer Deutsch-Türk gesagt? Ist es denn bei, also ich habe, muss ich sagen, ich habe bei Lukas Podolski wirklich noch nie Deutsch-Pole gehört, so ein Deutscher. Ja, und plötzlich, und dann fährt er nach Polen und jubelt nicht, wenn er gegen den Polen getroffen hat. Genauso bei Miro Klose. Das war wirklich nicht so relevant. Aber bei Özil hast du das immer gehört und genau da fängt nämlich das Problem an, dass hier diese Differenzierung getroffen wird und auch als selbstverständlich begriffen wird, weil sagt das eine, dann sagen es andere und dann sagt es plötzlich jeder und dann ist es im Sprachgebrauch darin, wie das Populisten ja übrigens auch ganz gerne machen von rechtsgesinnten Gruppen, die versuchen, unseren Sprachgebrauch dementsprechend nachhaltig ins Negative zu verändern, damit es für die normaler wird, dass es sich als gesellschaftlich hineinfließt, damit dieses Gift weiter reinfließt und das ist ein richtig guter Punkt. Warum? Ja, natürlich ist er Muslim und dann ist es halt so, aber meine Güte, irgendjemand anderer ist Buddhist und da redet auch niemand drüber, aber wir müssen halt immer über die Muslime sprechen und so weiter und so fort. Das ist wirklich, da zeigt sich der Rassismus, selbst wenn er gar nicht böse gemeint ist. Ja, das kann ja auch sein. Ich will das nicht allen unterstellen, aber genau da zeigt es sich. Und dann für mich ganz negativ und das ist offensichtlich geworden und das finde ich gut, dass es auch nochmal angesprochen wurde, dass er in Wirklichkeit alleingelassen wurde vom Dave. B. Denn natürlich hat Bierhoff ihn auch alleingelassen, er hat dann zwischenzeitlich wieder zurückgerudert, wie das halt jemand macht, der Corporate genug ist und nicht ganz so blöd ist und genau weiß, dass es auch um seine eigene Position geht, das hat er einigermaßen smart gemacht. Ob das bei Bierhoff wirklich so ernst gemeint ist, darüber müssen wir sprechen, aber Özil hat ihn ja wirklich verteidigt. Müssen wir dann auch erstmal so nehmen. Ich finde Bierhoff immer noch problematisch, müssen wir aber erstmal trotzdem so nehmen. Aber der DFB an sich hat Özil nicht ausreichend verteidigt. Das ist absolut richtig. Das müssen wir so, das muss als Fakt hingenommen werden und das muss übrigens auch, wie Basti das vorhin gesagt hat, als Gefühl genauso wahrgenommen werden. Und das ist genau das, was mir gestern auch sehr, sehr viele Leute gespiegelt haben, die selbst Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund sind. Die haben genauso gesagt, ja, wie Özil sich das ausgesprochen hat, so fühlen wir uns auch. Und was will ich denn dagegen sagen? Die fühlen sich so. Das heißt, da läuft was falsch. Und genau hier haben wir dieses Problem. Das ist nicht nur ein Warnschuss. Das ist der absolut falsche Weg. Wir sind schon über den Warnschuss hinaus. Es zeigt sich, dass wir Teile unseres gesellschaftlichen Ideals aufgegeben haben für fadenscheinige Scheiße. Und das kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass das Statement von Özil dazu beiträgt, dass es ein paar Jahren vielleicht besser wird, wenn es eine ernsthafte Diskussion und keine daueraufgeregte Diskussion gibt. Ja, sorry. Aber Basti, wolltest du noch was sagen? Oh, Basti ist rausgeflogen. Basti ist rausgeflogen? Wie konnte das denn passieren? Aha. Jetzt ist Basti wieder da. Ja, genau. Genau. Also deswegen, um nur noch mal einen letzten Satz, damit Basti noch mal zugehört hat. Ich habe am Ende jetzt noch gesagt, dass es allein deswegen wichtig ist, dass es diesen Brief gibt, denn vielleicht sorgt es für eine Diskussion. Aber Basti, wolltest du zu dem Thema noch was sagen? Wir waren ja beim dritten Teil. Basti? Oh, wieder rausgeflogen. Schon wieder rausgeflogen. Was ist denn hier heute los, liebe Leute? Das kann doch so echt alles nicht sein. So, Basti. So, Basti, jetzt. Ja, jetzt klingst du irgendwie doppelt und dreifach und Echo und. Ich höre euch jetzt auch nicht mehr über mein Dings hier. Ich muss nochmal neu starten, sorry. Ja, dann holen wir dich gleich nochmal mit rein. So. Kannst du da einen Teil sagen oder müssen wir da irgendwann wieder warten? Nee, kann ich gerade machen. Passt ja, glaube ich, dann jetzt auch ganz gut. Ja, also im Großen und Ganzen stimme ich dir da mit dem Punkt überein. In vielen, in vielen Stellen. Ich fand auch, dass er im ersten Teil da nicht selbst reflektiert genug war. Man merkt ja auch schon ganz deutlich, das war ja das, was Basti vorhin auch gesagt hat, dass der Text so nicht 100 Prozent von ihm kommt. Also er hat es zumindest halt autorisiert, das ist ja schon mal klar, aber er wird es nicht vollständig selbst geschrieben haben. Alles okay? Bist du noch da? Ja, ich überlege gerade, wie ich das formulieren soll. Ich fand trotzdem, also er hat im letzten Teil halt schon in die richtige Richtung ausgeholt, aber hat es halt auch nicht. Also er hat es noch versucht, auf eine sehr diplomatische Art und Weise zu tun und für mich hätte es da in dem Thema einfach mehr knallen müssen, um festzustellen, dass da halt einfach viele Dinge total kaputt und falsch sind und dass man so eigentlich an der Stelle nicht weitermachen kann. Ja, am Ende wird es jetzt zu keinen großen Konsequenzen irgendwie kommen. Man wird jetzt versuchen, das Thema irgendwie klein zu halten und irgendwie unter den Teppich zu kehren, wie man das mit vielen Dingen gemacht hat. Und in einem halben Jahr hat es dann jeder auch schon wieder irgendwie vergessen und es wird keine Konsequenz daraus gezogen und das ist das, was ich dann am Ende eigentlich schade finde dabei. Ja, also das kann natürlich gut passieren, dass es keinerlei Konsequenzen haben wird, weil wir uns mittlerweile in der gesellschaftlichen Zeit befinden, bei denen Auswüchse auch in negativer Hinsicht wie jetzt bei Grindel nicht zwingend Konsequenzen haben. Ich meine, guck mal, Trump ist immer noch Präsident, das hat sich blöd an, aber nach den Dingen, die davor überhaupt schon vor seiner Amtsherrschaft angefangen haben, hätte er gar nicht Präsident werden können in der rational, sinnvoll betrachteten Zeit. Aber es ist halt einfach so, es ist halt so, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der vieles, was vorher unglaublich gedachte, mittlerweile gang und gäbe ist oder toleriert wird. Deswegen wird Grindel wahrscheinlich auch keine Konsequenzen ziehen, aber vielleicht doch. Und wie kann das passieren, wenn wir alle den Druck hochhalten, wenn wir alle dauerhaft darauf aufmerksam machen, dass was da passiert, nicht in Ordnung ist. Und ganz ehrlich, wir wussten ja auch schon, ohne Özil wussten wir schon, dass beim DFB viel Kacke läuft. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Özil jetzt derjenige ist, der komplett uns allen die Augen öffnet und wir jetzt alle wissen, oh, es gibt Rassismus in Deutschland. Oh, es gibt Rassismus, beziehungsweise es gibt problematische Funktionäre beim DFB. Das ist alles nichts Neues. Aber das ist jetzt hier nochmal die Bestätigung, dass jemand, der innerhalb dieses Kerns gearbeitet hat, sich massiv falsch behandelt fühlt. Kann man das rational, kann man sagen, okay, vielleicht ein bisschen zu persönlich, kann man alles sagen. Oder ist es überhaupt so problematisch, weil der hat ja genug Millionen verdient. Ich finde dieses Argument irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Ich wollte gerade sagen, du kannst kein Geldargument bringen, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden. Also Geld ist keine Lösung dafür. War es nie und wird es nie sein. Ja, deswegen. Also es ist ganz, ganz absurd. Deswegen finde ich das auch ziemlich hirnrissig. Es gibt einige Leute, die das machen. Von mir aus, okay. Aber trotzdem, wir müssen uns damit in Gedanken rufen oder wir müssen uns damit weiterhin beschäftigen, dass wir den Druck hochhalten. Und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, wenn wir halt diese Grindel-Sache nicht einfach sterben lassen, sondern wenn wir dieses Thema dauerhaft hochhalten, weil ganz ehrlich, manchmal stinkt der Fisch halt vom Kopf. Und das ist bei Grindel halt auch der Fall. Der ist nicht für die zehn Jahre DFB verantwortlich, aber der ist halt dafür verantwortlich, was aktuell dort passiert. Und ich meine, sportlich läuft es in vielerlei Hinsicht nicht so wirklich gut. Und wenn das jetzt noch dazukommt und selbst die grundfesten Werte nicht so vermittelt werden können, was übrigens auch damit zusammenhängt, dass es alles nur noch Marketing-Scheiße ist. Das ist ja der nächste Punkt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da Grundfeste und Werte hätten, dann hätte sich der DFB anhand von diesen Grundfesten und diesen Werten direkt vor der WM, als diese ganze Thematik aufkam, positionieren müssen. Ja, das ist halt genau das Ding. Da kommt halt eins irgendwie zum anderen. Die sind halt alle nur noch drauf erpicht, irgendwie ihre Macht und ihre Kohle irgendwie zu behalten. Die haben sich da alle irgendwie was aufgebaut. Das ist rein nur noch wirklich, wie du sagst, nach Marketing ausgerichtet. Da gibt es keine Grundhaltung, keine Werte mehr, die irgendwie respektiert werden oder an denen man sich irgendwie ausrichten will. Und das ist, glaube ich, auch das, wo sie jetzt alle da beim DFB Angst haben, dass jetzt Leute von außen kommen und genau das, was sie selbst vor Jahren infrage gestellt haben und gesagt haben, so können wir das nicht machen und ihr eigenes Ding gemacht haben, aber jetzt genau wieder in der gleichen Schiene sind, dass jetzt neue Leute von außen kommen und eben das sichtbar machen. Und da ist Özil mit der ganzen Thematik ist jetzt ein großer Baustein da drin und deswegen bin ich fest davon überzeugt zu werden, versuchen das Ding so schnell wie möglich irgendwie mundtot zu machen, tot zu schweigen, unter den Teppich zu kehren, damit da keiner auch nur auf die Idee kommt, infrage zu stellen, ob alles das, was da gerade ist, denn so richtig ist, ob es nicht vielleicht sogar irgendwie ein kontrollierendes Organ geben müsste, was auch dem DFB einfach mal auf die Finger guckt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also darüber kann man auf jeden Fall sprechen. Es gibt ja vielleicht um diese Befugnisse, Sportgerichts, keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss mal diskutieren. Bin ich auch jetzt dementsprechend kein Sportrechtsexperte. Finde ich aber interessant. Und logischerweise wäre so ein, ja, ein Innenüberprüfungsorgan ganz sinnvoll, denn es gibt ja noch andere Dinge, die beim DFB eklatant falsch gelaufen sind. Aber das Ding ist, wir vergessen als Gesellschaft zu auffielen. Das nervt mich halt auch. Wir vergessen, dass bei der WM-Vergabe 2006 einiges Kacke gelaufen ist und das will auch die breite Öffentlichkeit oftmals ganz gerne vergessen. Ist ja alles gut gelaufen und so weiter, aber so geht es halt nicht. Das ist keine demokratische Struktur und so können wir nicht arbeiten. Und da muss es halt genauso, muss genauso daran gearbeitet werden. Aber es ist halt nochmal zu dem Punkt zurückzugehen, Anti-Rassismus funktioniert nicht, wenn ich das nur als Marketingmaßnahme mache. Anti-Rassismus muss oder beziehungsweise für eine offene Gesellschaft, das Leben, wir formulieren es mal positiv, wir müssen ja nicht immer Anti-Anti da, ganz positiv, das Leben für oder das Einsetzen für eine offene Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn es auch gelebt wird und das nicht nur eine Marketingmaßnahme ist, um jeden irgendwie ranzuhalten, so nach dem Motto, oh ja, wir sind ja für jeden da, aber kipp mal schön Geld aus und so weiter und so fort. Das muss das Ziel sein, weil sonst funktioniert gar nichts. Ich muss das mit positiven Werten befüllen und das kann nicht nur eine hohe Marketingphrase sein. Und bis sie das nicht begriffen haben, wird sich grundlegend nichts ändern. Trotzdem kannst du Probleme, die es dann gibt und so weiter und so fort angehen. Das heißt ja nicht, dass wir andere Probleme, die dann totschweigen müssen und so, wenn es vielleicht, was weiß ich, wenn es vielleicht unter Jugendlichen auch Probleme gibt, wenn der eine mit der anderen Religion nicht so zurechtkommt, darüber müssen wir dann auch sprechen. Das ist vollkommen okay. Aber da müssen wir erst mal auf das Level kommen, dass wir sagen, wir haben diese Werte und wir setzen uns dann damit auseinander, wenn es hier und da Probleme gibt. Auch vollkommen okay. Aber genau das muss erst mal von oben gelebt werden. Und wenn es von oben nicht gelebt wird, wenn es heißt, wenn Grindel das nicht lebt, wenn die DFB-Führung das nicht lebt und sich nicht glaubhaft dafür einsetzt, das heißt, dass es noch nicht mal die höchstbezahltesten Spieler spüren, die DFB-Top 11, ja, dann brauche ich auch nicht mehr weiter unten ansetzen. Wem will ich denn dann was erzählen? Basti ist wieder da. Hallo, hörte ich mich ganz normal jetzt? Ja, wunderbar. Great. Ich hatte es so, ich habe schon Schweißbär auf der Sting, aber ich dachte, ich darf nichts mehr zu Ulrich H. sagen. Ja, hast du das jetzt letztendlich mitbekommen, was ich gesagt habe? Das Letzte habe ich mitbekommen, ich weiß nur nicht, was die letzten fünf Minuten, also du hast jetzt gerade über den DFB und seine Kampagnen gesprochen. Genau, aber willst du da vielleicht noch was dazu sagen, weil du bist ja jetzt fast ein bisschen kurz gekommen. Ja, also ich sehe es ja im Endeffekt wie du, ich kann das wahrscheinlich ohne alles gehört zu haben wahrscheinlich blind unterschreiben. Der DFB hatte ohne, selbst ohne diese Causa Ösi, will ich sie mal nennen, hatte der schon Probleme, ehrlich gesagt, in seiner Glaubwürdigkeit. Das hat angefangen, Sommermärchen, bla bla bla, da sind hier. Also das, die Probleme mit den Fans, die es gab, es gab diese scheiß DFB-Solidarisierung zwischen fast allen Fanszenen und so. Das ist ja jetzt nicht besser geworden. Ich bin gespannt. Ja, aber die werden das aussetzen. Also es ist ja leider ein Trend der heutigen Zeit, dass quasi Grindel ist wahrscheinlich der Seehofer des DFB jetzt. Ja, auch gesagt. Ja, einfach Schwachsinn erzählen, aber bleiben. Interessiert keinen mehr, weil es nur genug Leute gibt, die das alles glauben, was die Leute sagen. Ja, sorgt bei mir natürlich dafür, dass ich mich noch viel, viel weiter davon entferne, ehrlich gesagt. Also viel, viel, viel weiter. Die werden jetzt irgendeine Nebelkerze aus dem Hut ziehen und versuchen, die Diskussion dahin zu lenken mit irgendwas. Machen sie ja. Ja. Funktioniert ja auch. Was haben die denn gemacht? Die sind auf Özilus gegangen und hier auf unseren Büroleiter. Also der dann plötzlich, da kam plötzlich raus, dass er ein paar Fußballer in Limburg gekauft hat, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Mein Gott. Also machen die, das wird Bierhoff-Grindel und so. Du merkst es ja auch, die DFL hat da auch ein Statement rausgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt. Wo Raube halt sich äußert, im selben Tenor. So von wegen, ja, das wäre alles Schwachsinn, was Özil sagt, blablabla. Also die Wagenburg schließt sich jetzt, wird sich nicht ändern. Das Einzige, was man machen kann, man kann sich davon abwenden. Wird weiter passieren. Ich hoffe, was ich hoffe, dass es wieder Reaktionen in deutschen Kurven geben wird, die es eh schon gab, aber die jetzt nochmal krasser sind. Also dass es vielleicht Solidarisierung mit Özil gibt oder zumindest auch Attacken auf Grindel zu sagen, okay, es reicht, dass da der öffentliche Druck einfach, dass er trotzdem konstant da sein wird. Wir müssen den hochhalten. Ja, das meine ich, wir müssen den wirklich hochhalten. Wir müssen irgendwie, selbst wir hier, müssen vielleicht ein Hashtag erfinden, ausgegrindelt oder irgendwas. Ja, ausgegrindelt. Hashtag ausgegrindelt ist super. Finde ich super, auf jeden Fall. So was, dass man wirklich... Sendungstitel incoming. Nein, dass wir das auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Weil ganz ehrlich, wenn man wirklich jetzt... Man darf auch nicht... Man muss auch aufpassen, dass man selber nicht zu nachsichtig wird und denkt, ja gut, der Trump macht das auch, der macht das auch, der macht... Nee. Grindel ist in dieser Position nicht mehr haltbar, war eigentlich, hätte niemals in dieses Amt gedurft, nach diesen Aussagen von wegen multikultischen Lebensflüge und so. Das geht nicht. Wir müssen wieder zu den Standards kommen. Ich weiß gar nicht, der Bundespräsident Köhler ist auch damals zurückgetreten, weil er irgendeinen falschen Satz in irgendeinem Flugzeug gesagt hat. Leute, da müssen wir vielleicht wieder hinkommen. Zu sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lieber so. Lieber so, als was jetzt gerade passiert, dass wirklich einer sagen kann, ja 69, ist der Geburtstag, 69, Abschiebung. Leute, das geht nicht, das geht nicht, weil sonst laufe ich wirklich irgendwann mit einer Latte durch die Straßen und rohe irgendwelche Leute weg. Ja. Geht nicht. Ja. Das geht nicht, fertig. Ich stelle mir gerade Basti im Hexer-Gym Duggen-Style auf der Frankfurter Zeit vor. Entschuldigung. Aber Leute, ganz ehrlich, ich habe es auch satt und ich will das nicht, dass wir hier uns andauernd entzweien lassen. Ich mag das nicht. Ja, das ist es aber auch nicht. Das kann nicht sein. Wenn ich Leute, die mir gestern auch geschrieben haben und so weiter und so fort, die gesagt haben, ja, und ich finde es gut, dass du es sagst oder so, als ich dann halt auch gemeint habe, ja, weißt du, man kann die Ösele-Sache durchaus differenziert betrachten und alles, aber es kann doch nicht sein, dass wir uns durch sowas oder durch diesen Scheiß-Rassismus andauernd entzweien lassen. Leute, die seit Jahren hier wohnen, die aber auch hier geboren sind zum großen Teil, die, das sind für mich, also allererstens für mich Frankfurter oder so. Wenn du aus Frankfurt kommst, dann ist mir scheißegal, ob du aus, ob irgendwie deine Vorfahren aus Haiti, Türkei, Der ist übrigens am besten, Stichwort Frankfurt, sorry, ich will dich gar nicht lange unterbrechen, aber Stichwort Frankfurt, Emre Can ist für mich trotzdem am allerbesten mit dieser ganzen Nummer umgegangen. Ja. Der hat still und leise diese Einladung abgelehnt, fertig, aus, weiter geht's. Ja, weißt du, und, äh, weißt du, das ist es halt, aber dann sind für mich erstmal Leute Frankfurter und dann ist mir auch scheißegal, wo irgendwie ja deren Wurzeln liegen. Und ich denke das, ich denke ganz ehrlich, dass uns dieser, dieser Lokalsbild vielleicht sogar weiterträgt als irgendwie so Deutsch-Tümmelai und so weiter und so fort. Aber wenn, ja, und wenn, wenn ich, wenn ich da, äh, aber trotzdem sage, okay, ich nehme diesen Ansatz, dann, denn, wenn du hier in Deutschland oder in Frankfurt lebst, dann bist du für mich auch Deutscher und so weiter und so fort, ja. Und wenn du dich, keine Ahnung, Verfassungspatriot oder einigermaßen zeigst, dann ist das für mich cool und dann läuft das. Und dann finde ich das mega kacke mit diesem Deutsch-Türk oder so eine Scheiße. Das ist doch zum Kotzen. Und ich will das nicht. Wir sind schon viel weiter gesellschaftlich gewesen. Im großen Teil waren wir, habe ich, war ich, war ich gefühlt Anfang der 2000 oder vielleicht 2004 gesellschaftlich weiter als wir es jetzt sind, weil wir durch einen Haufen Vollpfosten uns andauernde Debatte ans, äh, ans Bein haben katten, karren lassen. Und selber da drauf gesprungen sind. Das hängt auch übrigens alles mit einer Medienkrise zusammen. Das darf man übrigens alles nicht separat betrachten. Das eine hängt wirklich mit dem anderen zusammen, weil warum gibt es diese daueraufgeregten Berichte? Warum muss die Bild-Zeitung eine Scheiße dauern und tweeten? Warum gibt es Leute wie Trump? Weil die Medien nicht wissen, wie sie ihr Geld verdienen sollen. Das hängt auch zum Problem. Das ist auch ein großes Problem, weil die sind mittlerweile auf Klicks angewiesen. Und was zieht Klicks? Empörung. Also das eine hängt echt alles mit dem anderen zusammen. Würde es dieses Problem nicht geben, hätten wir vielleicht auch die AfD in dieser Größe gar nicht. Ich glaube auch, dass die Menschheit allgemein wirklich mit diesen Social Media noch überfordert ist. Das ist alles ziemlich neu. Also wie lange gibt es das alles? Das gibt es alles. In den letzten zehn Jahren ist es irgendwie entstanden. Ich glaube einfach, dass die Menschen und wir auch, ich selber auch, man ist überfordert mit dieser plötzlichen Meinungsvielfalt und dass jeder plötzlich denkt, er müsste seine Meinung nach außen tragen. War schon immer so, aber dass es jetzt diese Kumulierung hat und dass du plötzlich, dass alle Stammtische in Deutschland, die es immer gab, sich plötzlich vernetzen können. Das ist übel. Das ist aber auch übel, dass ich mich immer wieder provozieren lasse, dass mich das aufregt. Und das ist, das ist wirklich, das sind so tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen, die uns alle gerade, glaube ich, überfordern und die dann wirklich dazu führen, es kann, muss man sich mal vorstellen, was für Leute wirklich politische Ämter innehaben, was für Ansichten die haben. Das kann nicht wahr sein. Also ich finde das, das finde ich unfassbar, aber den einzigen, und wir werden das auch nicht lösen können, wir drei, oder auch, das wird auch dauern, im Endeffekt sind wir dem auch ein bisschen ausgesetzt, aber was ich finde, was wir machen können, ist gut, was der Marvin gesagt hat. Man kann sagen, ganz ehrlich, in Frankfurt wollen wir sowas nicht, weil das ist hier unser Wirkungskreis, hier kennen wir vielleicht ein paar Leute, hier bin ich, ich kann ja nichts machen, was in Hannover ist, da bin ich ja nicht. Und man kann einfach sagen, ey, für Frankfurt wollen wir das nicht, das klappt hier zu einem ziemlich gut und man wirklich, dass zumindest wir dafür sorgen, dass das nicht vergessen wird, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt über die Saison hin immer wieder mal den Hashtag ausgegründelt auspacken, zu sagen, okay, das geht nicht, dass jemand, wo jemand wie Özil sich rassistisch angefeindet fühlt, dass der ein Amt an der obersten Position im DFB hat, das geht einfach nicht. Und da geht es nicht um Pyro, das ist alles streitbar. Da gibt es natürlich Fangruppen, die auf ihn losgehen, scheiß DFB, wegen Strafen, Kollektivstrafen. Sorry, da bin ich auch auf deren Seite, aber das ist nochmal eine Ebene drunter, das ist eine persönliche Sache. Das hier ist viel tiefgreifender. Und ich habe keinen Bock, dass der DFB es schafft, damit davonzukommen, in dem Sinne zu denken, okay, diese gesellschaftlichen Veränderungen, die wir sowieso schon haben und plötzlich machen die da mit. Das geht nicht. So ein Scheiß muss bei der AfD bleiben, das muss irgendwie eingebremst werden, man wird nicht alle bekehren können, es wird immer welche geben, die alleine, weil die dadurch Aufmerksamkeit kriegen, sowas machen. Das muss man als Gesellschaft auch aushalten. Man muss es besser aushalten, dass es Leute gibt, die Nazis werden, nicht weil die die Ideologie vertreten, sondern weil die dann in dieser kleinen Gruppe einfach eine Rolle spielen können, die sie woanders nicht spielen können. Das ist so. Das müssen wir aushalten. Das ist aber auch systemimmanent in der Gesellschaft. Es wird immer Verlierer geben, die sich dann andere Sachen suchen. Das muss man aushalten. Gleichzeitig muss ich auch nicht so hochschreiben. Genau, das meine ich. Der Marvin hat es ja gesagt, wir beschäftigen uns immer nur mit den kleinen Gruppen am Rand, die am lautesten schreien gerade. Das heißt, ich muss zu Themen Stellung beziehen, die für mich eigentlich gar keine sind und vielleicht für 80 Prozent der Leute in Deutschland eigentlich auch nicht. Aber dazu muss ich mich jetzt positionieren und mich mit anderen Leuten anlegen. Du hast im Freundeskreis Streitpunkte. Es wird, wie der Marvin es gesagt hat, nur noch gespalten. Das geht nicht. Das darf man einfach nicht zulassen, selbst wenn ein anderer Mann eine andere Meinung hat und oder vielleicht gar nicht den Bildungsgrad hat und dann einfach oder private Probleme. Leute, es ist auch so, dass Leute auf irgendjemanden sauer sind, weil die vielleicht selber gerade wirklich persönlich am Arsch sind und dann schimpfen die. Oh, der ist der Frosch, bla, bla, bla. Das muss man in dem Sinne aushalten, als dass man einfach sagt, nee, Digga, das geht nicht. Aber diese überhitzenden Debatten, die wir gerade führen, gesamtgesellschaftlich, das muss irgendwie aufhören. Und ich überlege schon wirklich, wie man selber einen Beitrag dazu leisten kann, weil ganz ignorieren kannst du es mittlerweile nicht mehr, weil es wirklich in einen Punkt angekommen ist, wo es viele, viele Leute erreicht, die sich dann davon mitziehen lassen, weil die keine Ahnung, was sie haben. Alle Leute brauchen irgendwie eine Schuldige, das zieht sich auch durch die Menschheitsgeschichte. Aber ich habe wirklich Angst, dass das weitergeht, weil es wirklich jetzt Institutionen wie den DFB auch erreicht. Und ganz ehrlich, Leute, haltet euch vor Augen, es ist ein Nationalspieler aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, weil er sich rassistisch ausgegrenzt fühlt. Punkt, 2018. Das hat er sich nicht leicht gemacht und das hat er sich nicht leicht gemacht und da kannst du von ausgehen. Da hat er auch finanziell einbußen, das ist für ihn auch, also darf man nicht vergessen. Das ist nicht so, dass er denkt, ja, ich bin jetzt E33, ciao, ich mache das jetzt hier symbolisch. Nee, der Typ hätte noch ein Turnier spielen können. Ja, und deswegen muss es, es ist mehr als ein Warnschuss, es ist ein deutliches Zeichen, dass viele sind in der falschen Richtung, in die falsche Richtung gehen, es ist ja wahrscheinlich fünf nach zwölf und wenn wir die Uhr jetzt mal wieder ein bisschen, sag ich mal, in positiver Hinsicht zurückdrehen wollen, muss jetzt gehandelt werden und deswegen ist für uns als kleine, kleine Gruppe hier im friedlichen Beisammensein ausgegrindelte Dauerhashtag der Saison, das können wir jetzt schon sagen. Ich hoffe wirklich, dass auch wirklich, ich weiß es nicht, wir uns hören ja auch viele uns anderen Fans hinzu, ich werde es bei 93 auch nochmal sagen, dass man wirklich einfach das nicht vergisst und das passiert ja auch nicht, weil bei Pyrusachen wurde es auch nicht vergessen, ich hoffe, dass es jetzt auch nicht passiert, dass man wirklich ein Statement sagt, so einen DFB-Präsidenten wollen wir einfach nicht, fertig, wollen wir nicht. Ja, nicht nur den DFB-Präsidenten, sondern das gesamte Konstrukt, das ist wichtig, dass wir diese öffentliche Diskussion führen und den Druck hochhalten, aber der Druck darf aus meiner Sicht nicht nur aus der Öffentlichkeit kommen, sondern es ist, wie wir festgestellt haben, eine Marketingbande und ich kann es auch nicht verstehen, dass es Firmen gibt, die eigene Firmenwerte haben und das hat jede große Firma und trotzdem immer noch eine Organisation, die ganz klar diese rassistischen Themen fördert und unterstützt, Geld in den Arsch bläst. Richtig und gleichzeitig erstens das und gleichzeitig auch gegen das Vergessen. Wir müssen aufpassen, dass wir solche Sachen halt auch nicht vergessen, sondern dass wir die gedanklich hochhalten, immer wieder dagegen rangehen und aber den Aspekt, den du angesprochen hast mit den Firmen, dass die auch Farbe dafür bekennen, dass die entweder sagen, ja, oder das auch einfordern, wir sponsern euch nur, wenn wir auch wissen, dass das wirklich funktioniert. Ja, das bezweifle ich, glaube ich, noch, da ist die wirtschaftlichen Interessen leider wahrscheinlich zu groß. Ja, natürlich gibt es diese wirtschaftlichen. Ich würde es auch trennen, ich würde es auch ehrlich gesagt trennen. Ich finde trotzdem, ich würde jetzt, selbst Bierhoff würde ich nämlich diese rassistischen Tendenzen nicht unterstellen. Bierhoff hat das eher aus dem Kalkül gemacht, dass er ablenken will von seinem Zinn und bla bla bla. Das ist nämlich auch kritikwürdig, aber die Ebene haben wir leider schon verlassen. Ich würde auf den DFB, ich schimpfe seit zwei Jahren auf den DFB, in allen möglichen, jeder, der mir zuhört, ich schimpfe auf alles mögliche, nie wer, bla bla, aber das ist was anderes. Das ist persönliche Meinung und persönliches Empfinden, wie ich den Fußball sehe. Das ist aber trotzdem verkraftbar, selbst wenn der Fußball sich in diese Richtung entwickelt, dann werde ich nicht sterben, das wird aber auch keine gesellschaftlichen Brand auslösen, sondern, aber das hier ist ja was ganz anderes. Das ist wirklich, da wird eine Debatte geführt, wo wirklich auf dem Rücken eines Spielers wirklich auch die gesamtgesellschaftliche Debatte, die es eh gerade gibt um Flüchtlinge, um die AfD, die wird auf ihm ausgetragen und das geht nicht. Das geht nicht, dass der DFB-Präsident ihn dann nicht beschützt und er hat es nicht gemacht und ganz ehrlich, der soll sich ficken, der soll abhauen. Das ist ein Minusmensch, der soll sich verpissen, wenn ich diese Fresse sehe von dem, wenn ich die sehe, da habe ich Fantasien, ganz ehrlich. Wenn ich den bei der DFB-Karl-Auslösung sehe, wie der redet, wie der nichts verstanden hat, was die Fans betrifft, wie der lügt auch und diese Nummer jetzt abzieht mit all seinen Leuten, wir dürfen nämlich nicht vergessen, der hat auch Kontakte zu irgendwelchen Zeitungen, die dann nämlich diese Sachen schreiben und sonst irgendwas. Dieser Wichser muss weg und wir können es nicht machen, aber ich werde zumindest nicht aufhören, darauf hinzuweisen, weil das ist eine üble Geschichte, weil rechnen wir es doch mal weiter hoch. Das muss ja dann nicht das Einzige bleiben. Das muss ja nicht das Einzige bleiben. Führen wir dann wirklich wieder Debatten, wo wir dachten, wir hätten die schon hinter uns über Leute, die die Hymne singen. Das ist da vielleicht der nächste Schritt. Vielleicht äußert sich Gründel plötzlich, ja, der darf nicht mehr hier spielen, weil er die Hymne nicht singt. Wenn du wirklich, die probieren es doch. Die probieren doch, wie weit du immer weiter deinen Fuß in den rechten Sumpf machen kannst, bis du untergehst. Wer weiß denn, was das die Vorstufe ist. Vielleicht ist es jetzt Ösi, wer weiß, was nächste Woche ist. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich will es gar nicht. Aber das ist ja das, was ich meine, dass eine Firma, die im Regelfall ja selbst eigene Leitlinien hat, kann eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr ruhigem Gewissens mit dem DFB einen Marketing oder einen Werbevertrag eingehen, sondern die müssen eigentlich jetzt an dieser Stelle sagen, Moment mal, das, was da gerade passiert, passt nicht zu unseren Werten und entweder ihr könnt uns das sauber erklären oder wir ziehen unseren Werbevertrag zurück. Weil dann wird es nämlich auch für so ein DFB-Konstrukt auf einmal schwierig, wenn Nivea sagt, wir machen keine Werbung mehr mit euch, weil das, was sie da macht, ist scheiße. Ja, aber war das, ja, aber wenn du das jetzt im Kleinen beim FC Bayern siehst, dann hat es auch keine Rolle gespielt, dass dort jemand wieder zurückkommt, der auch in allen Compliance-Regeln. Dann war der Druck an der Stelle noch nicht hoch genug. Aber wenn wir als Gesellschaft diesen Diskurs vernünftig führen wollen und alle in die gleiche, alle dagegen sind, dann müssen wir das auch einfach von allen Seiten machen. Ja, du hast recht und wir müssen, also das ist jetzt der weiteste Schritt von allen mit der Wirtschaft, weil die Wirtschaft ist in erster Linie auch darin gesinnt, irgendwie ihren eigenen Profit hochzuhalten und ich weiß nicht, inwiefern das so gut zusammenpasst. Das müssen wir abwarten. Ich finde aber, man kann auch die Außendarstellung Deutschlands dadurch sich mal angucken und sehen, was das für Grämen reinreißt, denn das hat diese Pressemitteilung. Und deswegen ist es übrigens auch in Englisch, du Vollpfostenreichel. Oh, in Englisch! Ja, natürlich, warum sollt ihr denn... Ihr hättet euch genauso drüber aufgeregt, hätte es in Deutsch und Türkisch geschrieben, hätte er geschrieben. Oh, auch in Türkisch! Weißt du, Leute, ihr lame Idioten, ich raste aus, wenn ich sowas höre. Oh, in Türkisch! Und im Internet hat es auch veröffentlicht. Ja, wo denn sonst? Soll er es in den Mond schmeißen oder was? Also, Gott, oh Gott, oh Gott, wie dumm die Bild-Zeitung auch manchmal echt ist. Es ist nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen. Und natürlich hat er es in Englisch, damit es jeder versteht, damit es natürlich auch seine Follower verstehen. Ja, Uli, er hat Follower, das kennst du nicht. Da im Knast hat man es nicht so mitbekommen. Ja, Mann, Mann, Mann. Das ist auch geil, super. Du lächerlicher Idiot. Du hast 25.000 Follower, da hat 25 Millionen Follower, die gibt es gar nicht. Nein. Da wo lebt der, Alter? Es ist der letzte Mensch. Es gibt halt Leute, die populärer und vielleicht auch ein Stück weit besser mit der Zeit gegangen sind als Uli Habe. Ein bisschen internationaler vielleicht auch sind als unser Würstelpress-Uli, der, keine Ahnung, Alter. Würstelpress-Uli. Es ist nicht zu fassen. Ja, aber zu ihm kommen wir, glaube ich, noch, oder? Ja, genau. Aber das wollte ich nur sagen, das hat natürlich dann auch diese internationale Wirkung. Natürlich holt sie dann auch von den falschen Applaus ab, wenn ich diese ganzen Vollhorsis da sehe, die alle im Kabinett Erdogan sitzen und so weiter und so fort. Ja, natürlich, wir haben im ersten Teil schon mal darüber gesprochen, das ist richtig zum Kotzen und so weiter und so fort. Aber du merkst halt auch, wie das für, das hat in den USA auch hohe Wellen geschlagen und das hat auch in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Und wenn wir wollen, dass wir diese, dass wir diese weltoffenen Nationen sind, was wir natürlich übrigens eh nur in gewissen Städten und in gewissen Regionen Deutschlands sind, also das wissen wir auch, seit etlichen Jahren gibt es in gewissen Teilen Deutschlands große Probleme und da, denen müssen wir uns auch ganz offen stellen. Das gibt, das muss man ja auch nicht wegdiskutieren, das fängt schon von Strukturschwäche an, das fängt, also da fängt es an und da geht es dann weiter, Mangel der Bildungsgrade und so weiter und so fort und Landflucht und so weiter und so fort. Das sind große Themen, müssen alle bearbeitet werden, ja. Aber wenn wir als Gesamtkonflikt... Ja, deswegen müssen wir mal aufhören, über solche Scheiße zu diskutieren, ob Flüchtlinge am Tag irgendwann in irgendeiner Grenze sind und bla 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 bla. Es muss um andere Sachen gehen, Bildung, Pflege, was weiß ich was. Ganz ehrlich, Deutschland hat überhaupt keine Infrastruktur mehr, was Internet betrifft und so ein Scheißregel. Was ist denn los, der Marvin hockt da, Alter, in der Großstadt und hat kein Internet. Leute, aber... Nee, es ist jetzt immer gut, es muss aufhören, irgendwie. Aber es wird wahrscheinlich noch länger dauern, aber der René hat es ja gesagt, da muss man jeder... Die Leute, die es nicht so sehen, müssen dann auch laut sein, damit es im Gesamton wieder klar wird, dass das trotzdem nicht alle sind, sondern das sind einfach nur die lautesten gerade und die sind die ersten, die über 70% von denen sind doch die ersten Fähnchen im Wind, die sich wieder in andere Richtungen drehen, wenn die merken, das ist nicht mehr so cool hier. Also das ist... Da sind ganz, ganz wenige, die wirklich diese Ideologien vertreten, sondern das sind Lemminge, die einen gewissen Zusammenhalt suchen, was Menschen ja auch brauchen, die es halt in den falschen Kreisen machen. Das kann sich auch wieder auflösen. Da waren wir wirklich wieder mal, wenn es gesagt hat, schon mal einen Schritt weiter, aber gut, leider werden wir drei das hier nicht lösen. Das Einzige, was wir auflösen können, ist, wer der Dummschwitz der Woche wird. Du hast vollkommen recht, aber wenn wir jetzt so viel Negatives gesagt haben, ich will, ich kann trotzdem nochmal sagen, es gibt diese positiven Entwicklungen, wenn ich mir angucke, was am Wochenende in München los war bei strömenden Regen, über 25.000, weit über 25.000 Menschen sind auf die Straßen gegangen, haben sich gegen die, gegen die, ja, das Regime, das CSU-Regime, haben sich dagegen gewehrt, gegen den dummschwätzerischen Populismus von Teilen der CSU, auch nicht alle, es gibt auch da richtig ordentliche Leute und so weiter und so fort. Das, finde ich, ist ein deutliches Zeichen und du merkst, es gibt eine lebhafte Demokratie immer noch und so geht es weiter. Und jetzt gehen wir aber zu den Dummschwättern, denn da werden uns einige beschäftigen, die uns eben schon beschäftigt haben. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtchenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ich wollte gerade sagen, da haben wir einige Namen hier auf der Liste stehen, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben und wir steigen gleich mit einem vollen Kracher rein. Marvin hatte ja die Liste schon teilweise geleakt auf diesem Twitter und der Erste, der hier auf dieser wunderbaren Liste steht, ist ein gewisser Herr Reichelt. Ja, Reichelt. Der Heuler der Nation, kann man schon sagen. Also es gibt kaum einen weinerlichen Schwachsinn-Journalisten. Ich würde den nicht mal Journalist nennen. Nein, das ist ganz übel. Wenn man sich den anschaut, weiß man auch, was das Feiner ist. Ich weiß genau, wie der sozialisiert worden ist. Der hat die Frau nicht abgekriegt, der war hässlich, der hat jetzt angefangen, sich den Bart wachsen zu lassen, eine hässliche Brille. Dieser Typ will einfach Aufmerksamkeit haben und leider kriegt er die. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Naja, er schafft das. Das ist einfach ein Wichser, Punkt. Das ist einfach ein Wichser. Also es ist ein Wichser, Punkt. Fertig, von denen gibt es viele. Die gibt es in jedem Büro. Das sind einfach Wichser, die einfach, keine Ahnung, was für Komplexe die überspielen wollen, das dadurch tun, dass die irgendwelche Plattitüden für eine gewisse Gruppe raushaben von denen, die es dann Applaus abholen. Dieser Typ, ganz ehrlich, wenn ich den irgendwo sehe, den haue ich um, fertig, aus. Dann gehe ich auch von mir aus zwei Jahre ins Gefängnis, dann ist es halt so. Wir besuchen dich und wir bringen dich. Das ist so, nein, das ist ein Typ, der wird es auch nicht anders verstehen, der braucht einfach einen in die Schnauze, Punkt. Leider ist es manchmal so simpel. Es ist aber so. Manchmal ist es einfach. Den kannst du mit Argumenten nicht kommen. Der redet ja nicht über Themen, sondern der will einfach diese Sachen. Das ist einfach ein Troll. Das ist so, das muss man irgendwie aushalten. Man muss probieren, das weiter zu ignorieren. Es fällt einem schwer, ich weiß es, weil der macht einen wütend und manchmal hat man das Gefühl, die machen einen auch extra wütend, damit man die Kontrolle verliert und dann auch böse sagt. Weil sie dann wieder Reaktionen erzeugen, die Wiederreaktionen erzeugen und dann haben sie dann doch wieder die Aufmerksamkeit. Ja, na gut, im Endeffekt wird er auch einfach sein Produkt verkaufen. An neun von zehn Tweets kann ich ihn ignorieren, dann bekomme ich das gar nicht mit mittlerweile. Folgt ja natürlich auch nicht, warum muss man sich sein Leben noch beschissener machen, aber manchmal merke ich es halt, dann bekomme ich es halt doch mit. Und genau so ein Tweet halt von wegen, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass Özil ja das an seinen Follower richtet und ich halt sage dann jemand, der selber über 60.000 hat und dann auch eine eigene Audience bedient. Wenn lustigerweise von der AfD fleißig getweetet wird, dann weißt du, wessen Geist das Kind er da natürlich auch bedient. Ist jetzt kaum ein Wunder. Reicht, wie gesagt. Er bleibt für mich unsäglich. Er ist immer noch der Chefredakteur der Bild-Zeitung, mittlerweile ja alleine. Das hat schon seine Gründe, warum der weibliche Part keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Er treibt diese Zeitung immer weiterhin die absolute Unsäglichkeit, wenn ich sehe, welches jämmerliches Stück das Bezüge aus der Erdogan, aus der Özil-Causa gemacht hat, wie negativ er Özil dargestellt hat. Das ist das, ja, negativ krönende Abschluss einer langen Hetz-Historie der Bild-Zeitung und zeigt, dass er, tja, ein ziemlich erbärmlicher Wicht ist. Das muss man, ich denke, kann man so festhalten und deswegen, allein deswegen hat er sich den Tummschwätzer der Woche schon reichlich verdient. Ich leite euch den Tweet weiter. Er hat hohe Konkurrenz, definitiv. Nächster auf der Liste ist ganz hier in der Nähe, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, die Polizei Koblenz. Das ist geil, das finde ich fast schon wieder skurril, da bin ich gar nicht so sorgend gewesen, da muss ich lachen. Was ist das denn? Aber gut, die haben getwittert. Also die wollten Özil quasi sagen, wie man sich beim Shitstorm zu verhalten hat und dass er das ja irgendwie falsch gemacht hat, oder was war doch das, oder? Diese Twitter-Geschichte, was sie da sich geleistet haben, wo sie da irgendwie kommentiert haben. Die haben getwittert von wegen, so verhält man sich nicht in einem Shitstorm und Özil blablabla. Hat sich herausgestellt, das war irgendwie der Typ, der vergessen hat. Und den Firmenaccount verwechselt hat. Das ist wie, wenn ich manchmal mit Manfred Rennreis schwitter und war ab nicht mehr, dass ich nichts durchgeschaltet habe. Es kommt in den besten Firmen vor, wird bei dem Zusammenhang schon so ein bisschen merkwürdig. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich will auch nicht, dass so einer da arbeitet, ehrlich gesagt. Aber gut, kann ich nicht verhindern. Aber gut, ist in dem ganzen Wust eher noch unter Kuriosum abzuhaken. Die hatten, glaube ich, auch einen geilen Tweet, der danach rumgegangen ist. So von wegen, kennen Sie das auch? Ausländische Mitbürger stellen Sperrmeln auf die Straße. What? Alter, was ist mit dir los? Keine Ahnung, ob das dem öfter passiert. Aber gut, Polizei Koblenz. Ja, keine Grüße. Geht mittlerweile schon fast ein bisschen unter. Ich muss sagen, allein genommen fand ich das schon ziemlich unfassbar, was die da gemacht haben. Sie sind ja der ganzen Sache jetzt nachgegangen. Anscheinend war es irgendein Mitarbeiter, bla, bla, bla. Ich muss mich trotzdem heute die Frage stellen, was für Mitarbeiter da unterwegs sind. Ja, eben. Vor allem, als wenn die es die Sache besser machen würde. Hier, 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 braucht ihr schnell eine Ufräge. Der arbeitet nur hier. Ja, eben. Und er scheint ja Zugang da zu diesen Kanälen zu haben. Ja, das ist schon richtig bitter. Aber, ach, ganz ehrlich, es zeichnet sich halt auch ab, dass es auch viele Polizei-Accounts gibt, die eigentlich gar nicht so wirklich tätig sein sollten. Aber, nun ja, es ist eine lustige Seitenanekdote, die zeigt, dass auch da nicht alles richtig läuft. Ja. Kommen wir zu anderen Menschen, bei denen es nicht ganz richtig läuft. Sophia Tomala. Super. Da läuft vieles nicht so richtig. Ja. Sophia Tomala, die durch schon den ein oder anderen rassistischen Tweet oder beziehungsweise sehr, sehr problematische Aussage, auch übrigens aufgrund unseres sehr guten Freundes Micky Beisenherz aufgefallen ist. Ich glaube, der hat auch mal Gags für sie geschrieben oder irgend sowas wie das. War dieser komische Brüste-Gag von 2016 auch von ihm? Ja, die war von ihm. Ja, großartig. Genau. Auf den zieht sie übrigens ab. Voll lustig. Kleine Brüste sind wie Flüchtlinge. Genau. Alter, Leute. Ja, aber ich meine, Sophia Tomala über Leute als blöde Urteil kann man machen. Schwierig. Würde ich aber fast in die Kategorie Polizei Groblenz tun. Das ist irgendeine... Also, meine Güte, die ist... Aber das... Die soll sich ja um ihre Rocker-Beziehung kümmern, was sie da auch immer macht. Aber was mich halt da einfach ärgert, ist halt, dass... Naja, auch mit einer relativ exaltierten Persönlichkeit, weiß jetzt gar nicht warum überhaupt. Also ich habe von ihr noch nichts mit Wert gesehen, aber das ist halt so eine dieser... typischen modernen Phänomene, die irgendwie... Das ist halt schwierig, weil es trotzdem 13-jährige Mädels gibt, die die toll finden. Das ist halt das Problem. Es gibt halt ein paar 13-jährige Mädels, die hocken daheim, finden die toll und übernehmen dann solche Meinungen. Deswegen muss das auch nicht sein, weil das ja auch schwachsinnig ist. Das ist ärgerlich, aber leider in dem Gesamtwuchs trotzdem noch fast schon lustig. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil Sophia Tomala... Ich weiß auch nicht, wann hat die angefangen zu singen? Macht ja irgendwann bald eine Platte oder zumindest ein Lied mit Sabrina Settlo. Sabrina Settlo, die irgendwann im Verlauf des Jahres ihre neue Platte rausbringt. Ja, ein Lied wird dann mit Sophia Tomala sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das anhören will. Ich weiß nicht, wie sie dann mit solchen Sprüchen dann umgeht. Vielleicht reflektiert sie dann ein wenig. Denn auch Sabrina Settlo hat durchaus einen Migrationshintergrund. Das mag dem einen oder anderen nicht aufgefallen sein, weil Sophia Tomala wahrscheinlich mittlerweile auch relativ oft sich Sonnenstudio besucht oder anscheinend dann noch Fitnessshakes trinkt. Man weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich mir das anhören soll. Ja. Sehr schön. Nächster auf unserer Liste ist the one and only himself, Oliver Bierhoff. Oh, Olli. Ja. Das war nämlich nochmal der Hinweis, der auf Twitter nochmal kam, dass wir ja nicht Oliver Bierhoff vergessen sollen, der ja auch mit der einen oder anderen Aussage rund um diese Özil-Thematik sich nach vorne gegeben hat. Ja, er hat die Richtung eigentlich vorgegeben. Er hat ja sogar vorgerindelt noch. Da bin ich, da fand ich auch bemerkenswert, dass Özil ihn in den Schutz genommen hat. Vielleicht hat er ihn aber auch im Hintergrund den Rücken gestärkt. Dann kann ich nicht beurteilen, war ich nicht dabei. Den darf man aber auch nicht vergessen. Der trägt an diesem ganzen Gesamtkonstrukt auch seinen, der trägt auch seinen Anteil da dran. Und der ist auch nicht ganz helle. Also der, der, wie er mit der Nummer umgegangen ist, hat auch. Ich glaube schon, dass er helle ist. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist nur heller als die anderen da. Der kam da in einen Betrieb voller Alkoholiker und war der Einzige, der nicht gesoffen hat. Der Typ ist trotzdem, weil wenn er so helle wäre, dann würde er das besser machen. Weil ganz im Ernst, diese Marketingleistung, die er vollbracht hat, die ist nicht wegen ihm. Wenn er jetzt Handball plötzlich zu Sportart Nummer 1 gemacht hätte, würde ich sagen, boah Alter, das ist ein krasser Boss-Move. Ganz ehrlich, Fußball populär zu machen, ja super. Ich glaube schon, dass er ein Stück weit cleverer ist, wie du sagst, als der Rest, weil er eben verstanden hat, was diese ganze Diskussion bringt. Nämlich das Wegleiten der Diskussion von der Fragestellung, ist denn das Konstrukt im DFB, was ein Bierhoff und ein Löw da aufgebaut haben, nicht genau der gleiche Sauhaufen, den es vor 5, 6 Jahren da gab? Ja, oder sind wir nicht eigentlich wieder genau in dem gleichen? Das hat diese Diskussion, hat er jetzt wunderbar in die andere Richtung da mitgeleitet und es diskutiert kein Mensch mehr darüber, ob man nicht irgendwie dieses ganze DFB-Konstrukt mal generell irgendwie auf diesen Prüfstand stellen muss. Sondern er ist da schön fein raus. Muss man ja aber eigentlich gar nicht. Also man muss sich immer trotzdem lassen. Die Strukturen in Deutschland, die sind doch in Ordnung, muss man sagen. Nur weil die jetzt bei der WM nicht performt haben, aber das ist bei anderen Ländern auch passiert. Ich finde trotzdem, ich weiß nicht, ob wir so eine krasse sportliche Krise haben. Klar kann man ja Jugendarbeit ein bisschen justieren. Was Bierhoff aber gemacht hat, Bierhoff hat diese Mannschaft von den Fans entfernt. Ja, das meine ich ja. Ich finde, sportlich kann man, ganz im Ernst, da muss man auch mal ein bisschen sich beruhigen. Aber das war doch die gleiche Argumentation, die sie gebracht haben, als die beiden angefangen haben, dass sie gesagt haben, dieses Konstrukt der alten Herren im DFB ist zu weit weg von der Basis und es dauert alles zu lang und ist zu umständlich und zu träge. Und deswegen schaffen wir neue Strukturen. Und diese neue Strukturen sind genau da, wo sie vor fünf Jahren auch waren. Was ist denn vor fünf Jahren eigentlich gewesen? Vielleicht waren es auch sechs. Was weiß ich denn? Ich oder noch mehr. Wurscht. Aber das ist ja genau das Thema. Und diese Diskussion hat er da weggeleitet. Und ich finde, das war schon ein schlauer Move von ihm, auch wenn es, wie wir ja schon festgestellt haben, zu Lasten eines Menschen ging. Ja, ich finde Bierhoff trotzdem, ich finde das Einzige, was ich Bierhoff anlasse, ist A, das, was du gesagt hast, dass er das billigend in Kauf genommen hat, dass er ihn einfach verbrannt hat, weil er wusste, okay, der steht eh schon auf dem brennenden Feld. Dann nehme ich das in Kauf, mache das. Aber trotzdem würde ich ihm, mein Hauptkritikpunkt an Bierhoff ist eigentlich diese Marketinggeschichte. Das wäre es eigentlich bei mir dann. Also ich sage es mal so, Bierhoff kann gerne noch zurücktreten. Alles klar. Grüße, ciao. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Bin ich auch nicht traurig. Also bin ich auch nicht traurig. Da weiß keiner drauf. Wenn wir eine Neustruktur in der Nationalmannschaft haben, dann sowieso. Also insofern, es gibt viele Gründe. Und das ist gar nicht böse gemeint, der kann ja bei Red Bull anfangen und macht einen geilen Job vielleicht oder so, bla bla bla, kann mich nerven und so. Aber das ist ja vollkommen okay, aber es ist auch einfach gut jetzt. Manchmal muss man auch einfach wissen, wenn man jetzt hier mal halb lang macht. Das ist für mich aber trotzdem eine andere Debatte, die ist auf so einem Niveau. Die kann es auch auf Vereinsebene führen, wenn du die Schnauze voll vom Trainer und Manager hast. So, Vorstand draußen und hier, wortliche Gründe. Das mit Grindel ist für mich eine andere Ebene. Kommen wir von dem einen Menschen, der zurücktreten darf, zu dem anderen Menschen, der zurücktreten traf, ein gewisser Ulihaar. Wow, die moralische Instanz Deutschlands meldet sich zu Wort. Ja, prominent wie eh und je. In großen Lettern geschrieben, beschwert er sich, dass Ösel ja seit Jahren nur gespielt hat wie Dreck. Übrigens, der Benedikt hat es gerade im Chat reingeworfen, eine Reaktion vom Ösel-Berater, ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt, deswegen lese ich es hier einfach mal vor, die da lautet, Herr Hoeneß, wir werden keine weitere Zeit und Energie aufbringen, um mit Ihnen über ein Thema zu reden, von dem Sie keine Ahnung haben. Sie sind nicht nur eine Schande für sich selbst, sondern vor allem für Bayern München und die Leute in Deutschland. Ja, sehr schön. Hätte ich auch schreiben können. Du kannst es ruhig sagen, wenn du der Berater von Ösel ist. Ich habe es geschrieben. Also ganz realistisch gesehen, natürlich hat Ösel in dem letzten Jahr bei der WM nicht brilliert, also in der letzten Zeit. Die Saison 17, 18 war jetzt auch nicht so brutal bei Arsenal, die davor war ziemlich gut und so weiter und so fort. Aber das ist Uli Hoeneß ja eh egal, weil das ist erstens nur populistischer Kackmist und zweitens ist jemand wie Uli Hoeneß jemand, der sich selbst dem Fußball entlaufen ist, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, dass Uli Hoeneß mittlerweile nur noch sehr rudimentäres Fußballverständnis hat und sich eher von Emotionen leiten lässt und das hier wieder deutlich wird. Ja, da gab es auch eine geile Anekdote dazu, ich weiß gar nicht, wo das war. Da war Guardiola nicht derjenige, der fast seinen Kopf gegen die Tür geschlagen hat, als er, ich weiß gar nicht wen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, da wollte er irgendeinen spielstarken Sechser und er hat gemeint, er holt einen Kedira. Also der hat wirklich, da wo Guardiola gedacht hat, ey, mit dem kann ich nicht reden. Ja, so ist er auch. Ich glaube, der hockt daheim, so wie er es damals gemacht hat, als er zu beingegangen ist. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber ganz ehrlich, Uli Hoeneß ist für mich wirklich die unsäglichste Person im ganzen Geschäft jetzt. Ich habe so gehofft, dass er, als er aus dem Gefängnis kam, dass er einfach die Schnauze hat, dass er froh ist, dass er so damit davongekommen ist, dass er einfach still ist, dass man ihn nie mehr sehen muss. Er hat sogar letzte Woche Mittwoch noch angekündigt, er wäre ja angeblich im Urlaub gewesen und hätte Paare beobachtet, die statt miteinander zu reden nur noch am Handy sind, weil die ja an dem Handy scheinbar auf die nächste Schlagzeile warten. Das hat er sich irgendwie so hergeleitet. Ich denke, das ist schon ein bisschen abstrus, aber seine Schlussfolgerung war, und da will er nicht mehr, da will er nicht mehr mitspielen in dieser Schlagzeilenproduktion, die auf ganz hoher Frequenz läuft angeblich und Paare dann am Strand sitzen, nicht mehr miteinander reden, weil die nur warten, bis eine neue Schlagzeile erscheint, was ich auch für ein bisschen dubios halte. Auf jeden Fall hat er das gesagt, nur um sich Montag drauf, nach diesem Mittwoch, noch in einer ekelhafteren Weise, wie man es von ihm fast gar nicht kennt, sondern der ist ja schon ein ekelhafter Typ, aber das mit den Worten aller Scheiße und Dreck, der redet ja wie ich, was ist denn los mit ihm? Also der redet ja wie ein Straßenpenner, wo du denkst, ey Digga, wo du denkst, ey, wenn du die Kritik äußern willst an Özil, aber auf was für eine Weise ist das denn? Also ganz ehrlich, die Philipp Köster hat das Beste dazu geschrieben, sowas kannst du wenn überhaupt rechtfertigen, wenn er das mit 2,9 Promille um drei Uhr nachts in irgendeiner bayerischen Dorfkneipe zum Wirt gesagt hat, der ihn gerade rausschmeißen will. So hört sich das, weil es halt auch nicht stimmt und denkt er, ganz im Ernst, das würde ich ihn gerne persönlich fragen, mit vorgehaltener Waffe, jetzt werden wir hier, Julian Reichelt werde ich mit meinen Fäusten bearbeiten, bei dem nehme ich eine Waffe mit. Ich würde ihn einfach fragen, ich würde ihn einfach fragen, Ulrich, meinst du eigentlich, dass es deine Meinung jetzt auch noch gebraucht hat und auch noch in der Schärfe, meinst du das? Und jede Sekunde, in der er nicht antwortet, gehe ich mit dem Messer tiefer in seinen Hals rein und sage, meinst du denn, du musst jetzt hier auch noch was sagen oder was? Meinst du das? Was für eine Rolle spielst du, weil die Diskussion, die du angeblich in die Richtung laufen soll, die ist doch schon, wie du es willst, brauchen wir dich jetzt noch? Normalerweise war er doch früher immer derjenige, der dann als erster sowas gesagt hat, so, wenn er das Gefühl hatte, Debatten laufen für ihn in die falsche Richtung, war er derjenige, der populistisch rumgeschrien hat, die sagt, nee, 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 stopp. Dieses Mal schmeißt der ja schon noch Feuer, wo es eh schon brennt. Also was ist denn? Hat es das wirklich gebraucht? Denkst du wirklich? Und ganz ehrlich, das, was Ösis Brater da sagt, ist genau das, ganz ehrlich. Und mir tun alle Bayern-Fans mittlerweile noch leid. Ja, auf jeden Fall. Früher war das so, ganz ehrlich, das ist wie, wenn wirklich ein Geist, der ist geisteskrank. Sorry, irgendwas ist mit ihm passiert, was ihn noch, der Typ, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht genau, der Typ, der sieht sich, glaube ich, nicht mehr so anerkannt und probiert das jetzt so krass wiederzumachen und das ist auf eine sehr, sehr peinliche Weise. Der hat wirklich alle Entwicklungen verschlafen, dass selbst Leute wie Matthias Sammer nur noch kopfschüttelnd einfach da die Flucht ergreifen, dass wirklich nur noch irgendwelche Leute, die überhaupt froh sind, da arbeiten zu können, wie Braco um ihn arbeiten können. Lahm hat keinen Bock auf den gehabt. Ich glaube, dieser Typ ist ein echtes Problem und der ist ein Problem für die Gesellschaft, auch wenn er sich in dieser Weise äußert. Der kann von mir beim FC Bayern genau solche Sachen machen, weil dann habe ich Spaß daran, weil er die nämlich wieder auch ins Mittelalter zurückwirft und ich davon profitiere vielleicht und wir vielleicht als Eintracht Frankfurt sogar profitiert haben im Pokalfinale. Aber bitte nicht so, weil ganz ehrlich, er hat trotzdem noch genug und wir haben es oft gesehen, diese Festzeltatmosphäre, genau wie Sophia Tomala vielleicht für 13-Jährige ist, gibt es bei dem paar 73-Jährige, die sagen, du spielst nur Dreck und du denkst, Digga, du hast bestimmt, du weißt nicht mal, wo Arsenal London spielt. Alois, Alter, ich hau dir gleich deinen grauen Hut vom Kopf, Alter. So ist es und das ist ganz, ganz gefährlich und das hat mich am allerwütendsten gemacht vor der ganzen Debatte, wo ich fast schon sagen muss, wo ich fast schon und das beschreibt, glaube ich, die Extremitäten, in der wir uns gerade befinden, wo ich fast schon froh war, wie Karl-Heinz Rummenigge sich geäußert hat und das aus meinem Mund. Ja, also ich muss sagen, du beschreibst es hier ganz gut und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Uli Hoeneß so ein bisschen der Gauland des Fußballs ist und es ist wirklich jemand, also Ja doch, das ist gar nicht zu krass, finde ich auch. Weil Gauland früher ja bei der CDU war. Das macht es ja nicht besser. Ja, ja, aber weißt du, früher CDU, früher dann auch in Frankfurt gewesen, selber übrigens auch mit Flüchtlingen zu tun gehabt, auch ein paar, ich glaube, das waren, wird nirgends auch Flüchtlinge nach Frankfurt geholt und so weiter und so fort. Irgendwann, aber halt im typischer, also eigentlich, er war so ein typischer Hinterbänkler, eigentlich ist ein Unterschied zu Uli Hoeneß, der ja schon immer ein Lauthals war und so, aber irgendwann auch nicht mehr, noch weniger die Beachtung erfahren. Hat gewissen politischen Rang gehabt, war immer einigermaßen immer durch die politische Struktur immer genug Geld verdient, das muss man auch sagen. Also, einen richtigen Job hat er auch nie wirklich gehabt, um es mal so zu formulieren, aber eigentlich immer durch politische Establishment so durchgeflossen, aber irgendwann hat es ihn genervt, dass er kaum Beachtung hatte. Und bei Uli Hoeneß hat er lange Zeit große Beachtung gehabt, war immer, wie Basti das richtig gesagt hat, immer der Erste, der populistisch geschrien hat, der sich in Talkshows hat einladen lassen, um irgendwie was zu sagen. Dann ist er aber tief gefallen, weil er Fehler gemacht hat, Mist gebaut hat und wahrscheinlich noch einen größeren Schaden dem FC Bayern abgewandt hat. Das muss man auch sagen, wie viel wahrscheinlich nicht so publik wird, was er denn für sich als negatives gehabt hat, beziehungsweise verordert hat, was vielleicht auch an einem Verein irgendwie hätte angekreidet werden können. Okay, so, und dann war er eine Zeit lang weg und das ist halt, irgendwo fehlt ihm natürlich dieses Standing, dieses, ja, diese Relevanz, die er immer hatte und das versuchte durch lautes Nachkrakehlen noch nachzuholen. Und bei Gauland ist es auch so, der irgendwie denkt, er muss auf seine alten Tage noch mal irgendwie eine Relevanz haben und dann auch mit seiner Dackelkrawatte irgendwie laut krakehlt und der Mimosa, der Nummer-eins-Mimosa der 70-plus-Generation ist. Und so ist es bei Hoeneß leider auch, der irgendwie das Gefühl hat, er muss dauernd irgendwie noch Mist erzählen. Aber er ist natürlich noch ein Schatten seiner selbst, weil er ist auf der einen Seite fußballerisch überhaupt kein Stück innovativ mehr. Das siehst du auch an den aktuellen Entwicklungen des FC Bayern. Das muss ich sagen, finde ich fast traurig. Das zeichnet sich durch die Verpflichtung von Kovac, jetzt die Transferentwicklung und so weiter und so fort. Da ist nichts Visionäres dabei, wo ich sage, okay, da muss ich meinen Hut ziehen als Fan eines anderen Klubs. Und es zieht sich auch aus persönlicher Sicht einfach weiter. Und deswegen ist er nicht der Erste, der laut schrumm schreit, sondern er ist der, der sich selbst nachreichelt und Sophia Tomala irgendwie bemüßigt fühlt, noch irgendwas zu sagen. Ja, traurige Entwicklung kann man also sagen. Das ist echt krass. Also das ist echt übel. Das ist echt übel, wie weit sich irgendwie so ein Diskussionskonsens verschoben hat. Also ich weiß es nicht genau. Ich finde es echt erschreckend, dass er, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ziemlich viele hier zusammengesammelt. Dummschwärts seit der Woche. René, haben wir denn noch irgendwelche oder wollen wir es dabei bewenden lassen? Also ich habe keinen mehr auf der Liste. Ich befürchte aber auch, dass es da schon echt schwierig wird, da eine Auswahl zu treffen. Also eigentlich will man gefühlt irgendwie alle auf einmal wählen, wählen, weil da gibt es keinen, der es nicht verdient hätte, da jetzt irgendwie auf die Top-3-Positionen zu kommen. Aber ich bin mal gespannt, wie ihr da draußen das bewertet. Genau, ja. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch dann auch in die Nacht, in den Tag, in den Abend oder was auch immer. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für alle, die hier eine angenehme Diskussionskultur vorantreiben, die uns nämlich per Twitter schreiben, die uns auf Facebook schreiben, die bei uns kommentieren. So macht eine Unterhaltung rund über all die Themen, die schön oder manchmal nicht so schön sind, einfach auch Spaß. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir hochhalten sollten, das so weiterzuführen und nicht, wie manch andere das so tun. Nee, Leute, wir sind eins und wir müssen auch zusammenbleiben, auch zusammenhalten und wir sollten uns nicht durch irgendwelche Scheiße spalten lassen, echt ohne Mist jetzt. Und die Saison geht bald wieder los, dann müssen wir eh alle zusammen jubeln. Genau. Und nach Europa fahren. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wir sind immer noch so ein bisschen in diesem Saisonvorbereitungsmodus, also von daher freut euch noch nicht so sehr auf jetzt wöchentliche Folgen, das wird sich alles noch so ein bisschen verschieben und einrütteln und wir sind auch alle mit dem Urlaub noch nicht so ganz durch, also von daher, da kommt immer mal wieder was, aber wann genau und wie genau können wir euch noch nicht sagen, aber bis dahin wünschen wir euch eine... Ich habe noch einen Aufruf, sorry, ich habe es vergessen, weil es ein Riesenchaos war. Einen Aufruf wünschen wir euch, Herr Basti. Ja, einen Aufruf, sorry, ich habe es vergessen, hätte ich vorher einbauen sollen. Ich suche noch vielleicht, wenn hier jemand im Fanklub ist und auch auswärts fährt, da sind ja einige dabei. Ich suche eventuell noch zwei Plätze in einem Fanbus, nur die Fahrt. Die Karte ist vorhanden, wahrscheinlich. Ich brauche noch zwei mit, weil das alles ein Chaos war, weil in Freiburg die Karten echt teuer geworden sind. Die wollen 45 Euro für den Sitzplatz haben. War ein bisschen hin und her. Ja, ich suche einfach noch zwei Plätze. Falls einer das jetzt hört und sagt, okay, wir haben noch zwei Plätze ohne Karte frei in unserem Fanbus, da würde ich gerne, dass er sich bei mir meldet. Grüße. Ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Basti auch das ein oder andere Getränk in kleinen Gläschen beisteuern kann für eine lustige Fahrt. Werde ich auf jeden Fall mitbringen dann. Hervorragend. Dann ist der Aufruf hier mit gesendet und da machen wir jetzt trotzdem den Sack zu. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche, eine angenehme Sommerpause. Freut euch auf die Bundesliga, freut euch auf den Europapokal und wir melden uns zu gegebener Zeit in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! Hey! Das ist ja noch mal gut! Hey! 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 Das ist ja noch mal gut! Hey! Hey! Das ist ja noch mal gut! Hey! 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 Das ist ja noch mal gut! Hey! 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 Das ist ja noch mal gut! Hey! 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 Das ist ja noch mal gut! Vielen Dank.